Starten wir und dann let's go. Gut, wir spielen als nächstes. Ah ne, ich muss ja noch ein bisschen mehr. So, jetzt spielen wir aber mal ein richtiges Spiel. Lass mich mal ganz kurz was überlegen. Das hat alles soweit funktioniert, das passt. Darauf habe ich tatsächlich so ein bisschen Lust hier drauf. So, jetzt aber. Gut. Das war Barbie Streamers Adventure und jetzt direkt hier weiter geht's. Lollipop, Chainsaw, Repop. Wir spielen hier die Dingsbums Original Mode. Warte mal, es gibt einen Streamer Modus, ne? Let's go. So, das kam gestern raus. Ich wollte es eigentlich, also original, das Originalspiel gibt es auf der Playstation 3 oder auf der Xbox 360. Und das Repop kam raus, weil ich wollte es eigentlich schon mal spielen, auch das Original. Wie spielt die Juliet, die jetzt, äh, die Juliet Starling, die heute 18 wird. Und die ist, die ist halt gerade dabei. Keine Ahnung, warum wir das Intro nicht nochmal sehen, aber sie ist gerade. Echt jetzt, Alter? Was geht denn hier ab? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber eine... Ich bin kein Profi in Sachen Kettensägen, aber... Ja. Undead, douchebags. Okay, das ist lustig. Und... Juliet Starling. Alter, natürlich, 18, total in love mit Nick. Und Marc ist einfach... Okay. Okay, wir sind in der Zombie-Apokalypse und wir haben eine Kettensäge. Wir spielen eine Cheerleaderin im Mini-Rock. Denn darauf haben wir super Bock. Pom, 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 pom. Oh yeah, cool. Und let's go. Yeah, Herzchen, Regenbogen. Naja. Okay. Das sieht doch schon mal super aus. Du, 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 du. Also, es ist ein Spiel, das ich echt nicht so ernst nehme. Au. Die war mal lebendig. War. Oh nein. Frühstück. Halt es. Halt es. Halt es. Halt es. Halt es. Halt es. Du, 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 du. Ich helfe dir. Pam, 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 pam. Oh yeah. Naja, hält sich so in Grenzen. So. Ja, jetzt aber auf die Schnauze. Oh yeah. Beautiful. Ähm. Kleines Easter Egg. Die ganze Zeit hält ihr uns ihre Hüfte ins Gesicht. Ja, passt schon. Yay. Money. Oha. Also, ihr habt noch Shorts an, okay? Also, sie würde uns jetzt sagen, wir sollen da nicht unter das Röckchen gucken. Zombie sagt, dicker driving. Okay, das ist lustig. Ah, Lollipop. Yay. Damit sie ganz viel... Du hast einen Lolli gefunden. Nö, brauchen wir jetzt nicht. Ja. Warum wohl diese Sicht? Mülltonen verprügeln gibt Geld. Oh, wie cool ist das denn? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Na gut. Oha. Hey, Zui. Wir haben eben Barbies Dreamhouse Adventure gespielt. Ja, ist auch easy. Du perverse Schwein, guck dich unter meinen Rock. Wieso? Das, was du machst. Wir müssen ja nicht unter den Rock gucken. Du haust uns deine Hüfte... Deine Butterhüften sowieso die ganze Zeit ins Gesicht. Oh, wei. Bum, 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 bum. Wei. Wei. Oh, yeah. Bum, 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 bum. Und, yay. Bum, 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 bum. Oh, yeah. Ja, ich meine, guck doch mal. Hallo, die wollen uns... Die stellen sich uns in den Weg zu unserem süßen Boyfriend, Nick. Das geht doch so nicht. Oh, schade. So, lass die Köpfe rollen. Alter, du wurdest von Zombies angegriffen. Nicht deinen Kopf gefickt. Alter, was mit dem los. Der geht ab, ja. So. Ihr könnt natürlich der Dame unter den Rock gucken, aber der sagt dann so hier... Oh, nein, bitte nicht. Und vorne auch nicht. Das darf nur mein Boyfriend, Nick. Aber ist kein Problem. Das machen wir auch einfach so. Pew, 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 pew. Pew, 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 pew. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oha. Wir müssen diese Eier ausliefern. Weißt du etwa meine? Die sind doch noch gar nicht befruchtet. Ähm. Sie ist 18, wir dürfen das. Okay. Das hört sich falsch an. Okay, der muss sich ein bisschen aushalten. Das passt schon. Denn wir kommen gerade. Pew, 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 pew. Ja, als Chefin der Chili-Fraktion müssen wir natürlich hier echt mal abrocken hier. Bist voll in deinem Element? Na klar. Oh, komm schon. Mein Lieblingspräsident ist Warren G. Harding. Wen so fick interessiert das? Geht weg! Es ist so schön, dass jemanden Leben zu retten ist. Okay, wir müssen ihn jetzt retten. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Hui. Hui, aua. Du kannst nix mehr machen. Du hast keine Arme mehr. Juuu. Okay. Oh, komm schon. Bäm. Mama ist im Haus. Ja. Jetzt gibt's. Weiter so, Mädel. Es kann doch nicht sein. Oh, yeah. Lalalalalala. 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 Lalalala. Lalalala. Lali-Popp, lali-Popp. Yay. Bäm, 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 bäm. Oh, yeah. Oh, yeah. Drei auf einmal. Das war ein flotter Vierer. Warte mal, ich hab irgendwie ein bisschen Angst. Aber eigentlich bin ich doch im Streamer-Modus. Ja. 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 Lass den süßen Typen in Ruhe. Der will von meiner Freundin was. So, weg mit die Viecher. So, weg mit dir. Kein Problem. Kann man mal machen. Oh, ja. Zeitlupen-Matrix-Sprung. Haut, guck, Zombies. Taumel, du Zombies. Aua. Wie kannst du mich mit kaputten Armen schlagen? Ich nehm mal ein Lolli. Hm, hm. Das gibt mir wieder Energie. Okay. Können wir nicht. Das ist einfach die Telefonzelle des Todes. Ah, Kohle, 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 Mädel, München. Yay. So, was machen wir dann hier? Okay. Merkt natürlich keiner. Und den kann keiner irgendwie mal raustreten oder so. Nein. Was spiele ich hier bloß? Ich hab keine Ahnung. Oh nein, er ist tot. Äh, also was? Juliets Phone. Oh, Mami, hallo. Nein, nein, ich warte, bis der Nick, mein Boyfriend, mit mir ins Bett steigt. Dann machen wir was Dummes. Aber keine Angst, Mami. Ich hab noch ein paar Zombies zum Klatschen. Ich hab ja meine Kettensäge dabei. So, wir können Lieblingsladen. Aber Obacht. Job to Job ist was. Darf ich da auch dran? Ah, okay. Shop-Menü öffnen. Krasse Fähigkeiten. Oh ja, krasse Fähigkeiten. Und so die ganzen Kommentare, Zui. Hey, Zui, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kettensäge. Oh ja. Yay. Gesundheit. Oh, Klamotten. Lecker, mit einem G. Okay, er melken Chili der Kostüm. Purple Pride. Häschenoutfit. Motorradhelm. Oh, wir können so viele coole Sachen kaufen. Lecker und sexy. Ah, yeah. Aber ich hab keine Kohle mehr. Verdammt. Gesundheit und Upgrades. Ein Lolli. Hm, hm. Platin-Medaillen. Tausche Gold-Medaillen für Platin-Medaillen. Ja, was bringt mir das? Magische Bohnen. Erhöht Juliets Gesundheit um 10%. Füllt 50%. Okay. Hier ist es, hier ist es. Ich habe etwas gefunden. Ah. Magische Bohnen. Hier ist es, hier ist es. Yay. Okay. Ähm. MP3s. Oh, wir können MP3s kommen. Holen. Yay. Komm, passt schon. Wir haben wieder Kohle. Wir haben... Wo können wir eigentlich sehen, wie viel Kohle wir haben? 103. Wir brauchen zwei. Ja, wir brauchen 200. Können wir hier irgendwie... War das gerade ein Beckenstoß? Also fit ist er auf jeden Fall. Mami ist hier. Hab Platz für den mächtigen Uterus. Ich bin auf meinen Weg. Ich bin in eine Runde. Du bist nicht mein Typ. Du klammerst mir zu sehr. Pam, 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 pam. Au. Easy. Let's go. Warte mal. Warte mal. Wie viel Punkt? Äh. Ich dachte, hier sind es tausend an Punkten oder so. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Okay. Hier wird nicht geknutscht. Das ist gegen die Moral. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, ein goldener Lolli. Hier können wir nicht rein. Okay. Ey, die Kameraführung ist halt echt übel. Wie koche ich Zombies? How to cook Zombies? Oh, yeah. Hauptcharaktere. Hey, Reshe. Julian Starling, Cheerleader an der San Romeo High. Mitglied einer Zombiejägerfamilie. Macke hätte gerne, dass sie nicht fett ist. Die ganze Woche Community geht jetzt komplett ab. Ja, wir müssen alle fett sein. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr euch so bewegen könntet wie die, werdet ihr nicht fett. Ähm. Zombiejäger-Kombos. X, XXY, XXXY. Okay. Zombiejäger für Anfänger. Okay. Zombiejäger für Meister. Zombie-Tötenanzeige. Zeig dir ein, wie viele Zombies du noch auf der Plattform hast. Erholung dank Lollis. Gold-Zombie-Mechanik. Gold-Zombie-Medaillen. Sind die bei Basis-Währung? Okay. Ja, komm. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Jetzt kann die Kamera nicht automatisch drehen. Das ist sehr ärgerlich. Kann ich hier hoch? Okay, es ist relativ linear. Ich glaube, es ist nicht so open-world. Was nicht unbedingt schlecht ist. Unser Spiegelbild ist sehr verschwommen. Müsst du mal Papa vögeln? Ich glaube, der hat ein besseres zu tun. Yay! Sparkling hunting, Zombie 4! Oh yeah! Au! Lass mich in Ruhe! Selbst die Mädels klammern. Meine Güte! Let's go! Oh yeah! Ich hab keine Ahnung, wir haben halt so einen besonderen Modus. Kann ich den jetzt auch ausmachen? Nee, ne? Gibt's ja noch ein paar Tote? Nee? Komm, ich verprügel Mülltonnen mit unseren Pompons. Okay, das könnte coole Kombi sein. Money, money, money. Chop, chop! Yay, wir können uns neue Outfits kaufen. Oh yeah! Das war ein Buddha-Hüftkleider. Ich muss gucken... Bleib zurück! Geh weg! Nein, nein! Zombies sind nicht tot! Diese dummen Kommentare. Jetzt kommen wir zu, ich werde in eine hurry! Oh Oh nein! Decontaminieren! Decontaminieren! Oh, shit! Alter, ich hab ein Problem! Warte mal, kann ich die vielleicht hier ein bisschen über die Flammen so? Na doch mal, das muss ich ja ein bisschen klug machen. Wo ist denn der andere? So, Platin-Zombie-Medaillen sind am wertvollsten. Ja, nehme ich gerne mit. Jetzt müssen wir halt nur gucken, wo der andere Fazke ist. Au! So, dann wollen wir mal ein bisschen... Oh, ist der mies. Au! Ich hab' ein Problem. Ich hab' das schon fast gedacht. Oh, du Dreck-Sau! Jawoll! Das sieht doch schon so nach uns aus. Aber dass wir hier mit dem Feuer da nichts machen konnten, das war schon ein bisschen komisch. Aber okay, kein Problem. Mommy ist in der Haus! Bitte, sei okay! Hoffentlich geht es meinem Freund Nick gut. Oh, nein! Nick? Nick? Nick, bist du hier? Es ist okay, rauszukommen! Nick? Bitte! Ich bin mir vorwachen! Oh, das ist aber süß... Auch! Oh! Oh! Bist du okay, Juliette? Bist du okay? Ich, äh, 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 ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh... Aber nur ein klein wenig. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet. Ich versäute deinen Geburtstag, oder? Mein Geburtstag? Das passt einfach gar nicht zu den Untertiteln. Also, ich weiß, dass es dumm ist. Es wurde ja gerade erst ernst mit uns, aber ich will, dass du weißt. Klar, ich habe es bisher noch nicht gesagt, aber ich... Irgendwie, weißt du, irgendwie liebe ich dich. Yay! Oh! Oh mein Gott! Nein, es gibt nichts, was wir versuchen können. Es ist die einzige Chance, dass wir dich retten müssen. Julia? Was für die Scheiße? Ich liebe dich auch, Baby! Okay. Voll verkackt. Ähm... Wir gehen jetzt erstmal zu High School. Warum können wir nicht zu Julius Haus gehen? Ah, hier. Item Kombi. Lollipop Case. Okay. Telefon Message. Musik. Illustration. Ich würde gerne gucken, ob ich hier noch irgendwo in den Laden komme. Hat er gerade gesagt, welcome to my bedroom. Okay. Ja, ich habe halt nichts, noch nichts, ne? Normale Kleidung, Cosplay. Ähm, ähm... Oh, oh... Oh, oh... Oh, oh, oh... Was geschah an der Levelbeginn? Natürlich! Äh, wie gefällt euch das Spiel bis jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich hier spiele. Wie gesagt, ich wollte es für die Originale eigentlich schon für mich spielen, aber, ähm... Julia? Was? Am ich okay? Ähm... Ja. Basically. Ich fühle okay. Ich fühle gut. Julia, ich bin ein Zombie. Haha! Nicht überhaupt! Was? Oh, nein. Ah! Ah! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ich weiß nicht, was du tun sollst! Wie bin ich noch viel? Wie bin ich noch immer mit einem fucking Thorax-Axon? Hahaha! Ich habe ein magisches Ritual mit deinem Kopf vollgezogen. Das war echt schwierig. Aber ich denke, vielleicht nur ein bisschen von Apprechung ist in Ordnung. Was heißt denn, wie man mit einem Kopf ein magisches Ritual vollzieht? Der kann nicht mehr geil werden! Das ist doch scheiße! Ich wollte nicht, dass du mich für schräg hältst oder so. Ich bin so eine Art... Ich, äh... So, Mission zöten wir nun jetzt. Sag's doch einfach! Du hast den besten Platz! Pam, 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 pam! Oh, yeah! Beautiful! Easy! Lunchtime! Ja, komm her! Ich fress dich zum Frühstück! Warte mal, wir machen jetzt erstmal die Schule hier kaputt. School out for summer! School out forever! Warte mal, kann ich hier Calls? How to cook Julius' stash? Das hört sich an wie so eine Milf, ey! Mom, das ist mein Boyfriend! They can't... They can't... Holy shit! Alter, das ist... Das war ein Boomer! Boomer! Hey, it's Mr. Fitzgibbon! Dulle mei! Hausaufgabenüberprüfung? Oh nein. Oh shit. Was war das denn? Hör auf zu schwätzen. Na gut, Zeit zum Lernen. Alter, du bist von mir abgehauen. Also Justin, so, wir gehen jetzt mal zurück zu deiner Schule und klären mal ein paar Sachen, ein paar schlechte Noten mit den Lehrern. Holy shit. Ah, die wollen nur knutschen. La 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 la. Alter, der lieb... Das war knapp. Oh, goldener Lolli. Ich klau euch euer Milchgeld und ihr könnt nichts dagegen tun. Ja, ich kann jetzt neue Sachen kaufen. Warte, was? Ich habe gerade mein Boyfriend an den Hüften und du sagst, ob wir uns daten können? Das ist nicht cool, man. Man streunert dich in fremden Gebieten. So, let's go. Und hier rein. Ich habe einen Mathe-Test versaut. Oh, der schon wieder. He gave me a D last week. Kill him. Basta heimme, garbage. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich würd gern... Ich würd gern so'n Dingsbums sehen. Ja, ich weiß, dass wir da lang müssen. Das Spiel ist echt für blöde gemacht. Ist aber kein Problem. Ich will Kohle haben. Ich will Kostüme freischalten. Als könnte ich da nicht lang. Ey, die Polizei kann noch mal gar nichts. Ähm... Wir müssen durch die Wand brechen. Kannst du mir eine Hand geben? Ah ja, klar. Ich hab aber leider keine Hand. Noch nicht. Dank dem Rettural verfügst du jetzt über ein paar magische Kräfte. Das hört sich falsch an. Wie, vielleicht kann ich dich mit diesem Zombies-Body und du kannst es temporär benutzen. Hä? How to cook zombies. Just like this. Ah, okay, das war cool. Und die hat uns die ganze Zeit so angefeuert. Oh, das war aber süß. Dem ist das, glaube ich, scheißegal. Ich krieg' ein Telefon. Ich krieg' ein Telefon. Hinterfragen wir das mal nicht. So, wollen wir mal gucken. Shop-Menü. So, Kunst. Was denn für Kunst? Da ist es, da ist es! Yay! Aber wir kaufen uns neue Klamotten. Ich habe etwas gefunden. Zu besonderersten Anlassen zieht Juliet ihr Neck-Holder-Top und ihr Hotpants an. Wann nicht? Normalerweise sollte ich wahrscheinlich krasse Upgrades kaufen. Schüttel Nicks Kopf, um zu sehen, was dabei rauskommt. Was kommt? Nicht viel, würde ich sagen. Okay. Okay. Und wie kann ich das jetzt, äh, einsetzen? Ich würde gern wissen, wie ich den... Okay, das ist immer das Gleiche. Ich kann sonst nichts machen. Auto-Cook-Zombies. Das ist also so ein Shortcut. Ich würde gern wissen, wie ich das... Illustration. Ah, das kann ich nicht hier. Ich muss wahrscheinlich zum Dingsbums. Okay. Okay. Oh. 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 Das war's für heute. Hey! Dein Apfel? So. Pam, 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 pam. Oh yeah! Hört auf, wir schreiben heute einen Piu-Piu! Oh! Der sieht doch auch nicht mehr ganz sauber aus. Ey! Was ist das, Mann? Zombie-Comp. F***n lame. Äh... Was? Nick-Shake! Ey! Hör auf damit! Jetzt aber... So, nehmen wir mal mit hier. So, kann ich hier noch irgendwas angucken? Außer hier, ähm... Warum geht das hier nicht? Ich muss auf jeden Fall nochmal einen Lolli nehmen. Wie gefällt euch das Spiel? Ihr seid so still. Kammer. Was zum Geier. Limonade ist schlecht für die Knochen. Ah, macht doch Spaß. Gucke mal. Wir haben sogar Kohle. Oh, schade. Ich dachte, da wäre noch was drin. Das wäre cool. Sieht gut aus. Äh... Hat die... Hat die eine Brustwackelphysik? Scheinbar. Oh, fuck. Oh, mein Gott! Was ist das denn? Dieser Lümmel. Kann man mal machen. Ja, die kriegen wir schon, Mädel. Kein Problem. Au, hat wehgetan. Oh, nicht heulen. Die Zombies haben total mein Unterwärm aus meinem Bein. Haha, Arschfresser verpasst. Hahaha. Holy shit. Was geht denn hier ab? Ja, ich will erst nochmal das Milchgeld von den Leuten klauen. Was geht denn hier ab? Du Lümmeltüte auf zwei Bein. Du rotzfrecher Sack. Die Zombies sind nichts für mich. Die klammern zu sehr. So, Money haben wir jetzt alles hier, ne? Genau. Wunderbar. Ja, ne? Alles kaputt gemacht. Aber monigstens muss ich jetzt nicht mal eine Analysehausaufgaben machen. Ja, also, auch mitten im Kopf musst du die machen. Nix, so ist es ja nicht. Nur weil du deinen Körper verloren hast und dann in meinem Arsch klebst, heißt das nicht, dass du deine Hausaufgaben vernachlässigen darfst, junger Mann. Das geht so nicht. Du hast immer noch ein Gehirn, was trainiert werden sollte. Halt dich für keine gute Idee. Arschlöcher. Oh nein. Du solltest meine Freundin sein. Doch, alles ist scheiße hier. Oh yeah, geil. Kann man mal machen. Tanz für uns Mädchen. Yay. Oh yeah. Sexy Hexy. Aha. Aha. Ja, jetzt bezahlt mich wenigstens dafür. Was? Bist du das auf YouTube? Oh. Die wollen echt meine Tanzstange auf YouTube. Diese perversen Säcke. Ach so, ja, nee. Ich muss ja jetzt hier... Oh, komm schon. Ja, genau. Zusammen lernen. Holy shit. That's the dude who stranded us. Yeah, he's getting what he deserves. But we can't just let them all die, Nick. Or we could. Juliette, I am so totally gonna masturbate to you tonight. Ich denke heute an dich, wenn ich mir einen runterhole. Oh my goodness. Du böser, böser Bengel, du. Ein Schelm. Sowas aber auch. Das sagst du doch nicht, wenn die dich gerettet hat. Da fühle ich mich aber geschmeichelt. Ui, 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 ui. Oh mein Gott, dieses Spiel. Aha. Ja, hier. Overhead-Projektor. Ganz genau. 2024. Deutsches Schulsystem. Das sagst du doch nicht, wenn du dich gerettet hast. Kann man mal machen. Okay. Ja, es war schon lustig. Justin und Zui sind einfach nur fremdschämend ruhig. So, Sekunde. Ein bisschen was trinken muss ich tatsächlich. Ich muss gleich noch mal auf Toilette. Dann würde ich sagen, wir machen mal kurz Päuschen. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bewege und open und öffnen die Tür, Alter! Verkürst du ein neues Virus! Wieder und wieder mit der Tür, das beherrscht! Na komm! So, weg mit den Viechern! Na ja, Händewaschen ist immer wichtig. So, wenigstens kann ich jetzt hier nochmal aufräumen. Vielleicht haben sich hier noch ein paar Streber versteckt, die muss ich mit der Kettensäge gleich bearbeiten. So, wenigstens kann ich mit der Kettensäge gleich bearbeiten. Zui, Justin, seid ihr noch da? Habt ihr Bock? Wie gefällt euch das Spiel? Ich liebe es tatsächlich. Oh, das muss doch an den Knien gezwirbelt haben. So, durch die Glasscherben. Neue Klamotten. Dating Outfit, Motorrad, Candlest Outfit, okay. Moms Outfit. Sexy Muschelbikini, japanisches Dienstmädchen. Holy shit. Krasse Fähigkeiten. Lollikopter. Das hört sich falsch an. Y, X während eines Kettensägenrits drücken. Führt ein Luftangriff aus? Ich hab keine Ahnung. Nick Shake. So, Nick Ticket. Ähm... Ich hab etwas gefunden. Ich hab etwas gefunden. Jawohl. Glückwunsch, Baby. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh mein Gott. Nick Shake. Nimm mich mit. Ich hab keine Ahnung, ob das alles ausreicht, aber... Auf jeden Fall. Das kann ich mir gut vorstellen. Hier ist es, hier ist es! Hier ist es, hier ist es! Super. Ähm... Platin-Medaille, Lolli... Hammer, eigentlich alles. Ja, können wir nicht mehr viel machen. Was soll ich bekommen? Stärke, Zielreichweite. Ich glaube, das kommt noch. Oh nein, das sind Bossgegner wahrscheinlich. Oder sieht so aus. Was zum Geier! Tja, Jaja, von wegen! Niemals kopflos vorgehen. Natürlich, guck dir auf den Kopf, ist klar. Hör zu, ihr beiden. Die Schule steckt in Schwiem. Meine Forschung zufolge läuft hier etwas komischem Ausmaß schief. Kosmischen. Hüble Abtörner ist total scheiße. Ich werde es euch bestehen. Das Universum besteht aus drei Dimensionen. Das unbeschreibliche Land, die verrottete Welt und unsere Dimensionen, die Erde zwischen all dem... Jaja, okay. Kombination von schwarzer Magie, die Barriere zwischen der Erde und der verorteten Welt zu durchbrechen. Okay. Um die Gase der verorteten Welt sind in unsere Welt gesickert. Eure Freunde und Mitschüler haben diese Gase eingeatmet und verwandelten sich durch sie in Untote. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, könnte versuchen, in dieser Zeit eine verortete Welt zu öffnen. Was ist katastrophale Ausnahme? Sobald sich die Zombies verwandelt haben, gibt es leider keinen zurück. Wir können nur noch die Schule säubern, die Untoten töten. Der Bombeleger ist entweder unten in der Kantine oder in der Cafeteria. Er zerstört die Zümmel in der Kantine. Ich kümmere mich um den Schulhof. Ich zähle auf euch beide. Was ist mit ihm los? Ja, Sensei. Was? Wow. Happy Birthday, Juliet. Yay. Happy Birthday, Sarah. Time to party. Das war eine beschissende Posse. Was ist die Zümmel? Jetzt ist die Zümmel. Nicht lassen den Zümmel zümmelungen auf den Dynamite. Wer von hinter dem, weiß mein Zümmel. Wir müssen uns auf Facebook-Fanien sein. So, die Zümmel zu beenden und explodieren würde sehr gut auf meine Zümmel. Was ist das? Alter Schwede, ihr könnt mir doch nicht sowas bringen, ey. Ich glaube, das ist tatsächlich hier der Trick. Okay, mehr als zwei brauchen sie, glaube ich, nicht. Alter, 24 ist ein bisschen viel. Geh nicht, die Feuerzombie den Dynamite teilen. So, wunderbar. Das war knapp. Oh, wait, what? Da schnell hin. Das kannst du aber glauben. Wenn es sowieso einen Fernzünder hat, war das doch alles für den Arsch. Dreck, Sau. Weich gelandet. Den Typ kenne ich noch. Der war bei uns auf der Schule. Er ist derjenige, der die Pforten zwischen unserer und der verrotteten Welt öffnen will. I have to stop it. I have to stop it. Oh, man. There's nothing more hysterical to me than watching this world burn. This world, this government, this society made my life a hell. Genau. Now everyone is gonna know a life a hell. Forever. Swan. Hobbies, murder, planning. Warte, du bist nicht in die Finger kriege. Alter, du bist ein wandelnder Kopf, der an meinem Arsch klebt. Oh, ja, genau. Was zum Geier. Und natürlich. Ja, das hast du auch extra gemacht. Und diese Welt ist zum Kotzen. Ich bin euer neuer Meister. Ich verlange, dass ihr die Bauern in das Ritual infiltriert. Und während alles Lebende in der Schule verrotten lasst. Was zum Geier. Ich glaub, den Jungen mag ich. Dieser Geruch. Sie ist eine Zombiejägerin. Gib uns den Befehl, Meister. Dickhead. Dickhead. What the fuck? Eiver nur. Leicht trashig. What the fuck? Auf dem Schrottplatz ein Konzert geben. Warum nicht? Ich würde gern tatsächlich... Ja, es ist ja jetzt hier. Juliats Haus. Juliats Costumes hier. Willkommen in meinem Bett. Nicht zu schlecht, ich glaube. Woah, sexy. Hat das mir so gut gemacht? Oh Mann, du bist so heiß. Oh mein Gott. Wie ist das? Okay? Oh, sexy. Don't lie. What the fuck? Wollen wir die anziehen? Nick, was denkst du? Oh Mann. Ich liebe es. Oh Mann. Eigentlich das gleiche. Purple Pride Uniform. Ja, das ist auch okay. Oh, das nehmen wir. Komm. Oh nein. Oh nein. Ich dachte, das Levelwechsel war der... Oh nein. Nein. Warte mal, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das jetzt neu machen muss. Ich war doch schon in diesem Scheiß... Oh, die... Och nee. Das ist doch scheiße. Oh Mann. Oh, komm mal. Was ist hier denn los? Hey, das macht mich schrecklich. Wir holen die Samantacid später, Nick. Jetzt müssen wir diese Leute töten. Och nee. Ich muss diese Scheiße neu machen. Oh, das ist doch blöd, ey. Ich war doch da schon längst drin. Warum sind die Speicherpunkte nicht so ekelhaft... So scheiße gesetzt? Oh, das ist doch scheiße, Mann. Oh, das ist doch schon mal. Oh, ist doch scheiße. Das ärgert mich jetzt ekelhaft. Ja, ist doch schon klar. Ja, ist doch schon klar. Das ist ein bisschen Ruhe, Lümmel. Ich habe auch schon längst gemacht, aber das Spiel meint, nö. Nach dem Bosskampf waren wir kein Checkpoint. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich werde jetzt versuchen, hier so ein bisschen zu beeilen. Weiß ich mal, echt, das ist, das ist nicht schön. Ja, ich weiß, der hat dir eine 4 gegeben. Ich habe mich vor Angst vollgeschissen. Ist ein besserer Spruch als, ich denke heute Abend, mal wichsen an dich, du Lappen. Ja, ich denke, der Zombie hat wirklich Dynamite verabschiedet. Warum würde jemanden das tun? Warum nicht? Dass man das halt nicht skippen kann, ne? Das ist halt, ähm... Das hätten sie schon reinmachen können. Und das alles nur, weil ich das Outfit wechseln wollte. Oh, komm schon. Hey, Nick! Wir müssen durch diese Walle durchbrechen. Kannst du mir eine Hand geben? Na klar! Ja, genau. Ich habe keine Hand, um zu geben. Na, nicht noch. Aber das Spell, das ich auf dir gelegt habe, gibt dir einige magische Power. Was? Wie? Wie, vielleicht kann ich dich mit diesem Zombie-Bereich verabschieden, und du kannst es temporär benutzen. Hä? Wie? 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 2, 3, 4, Wow, wow, das ist... Wow, das fühlt sich weird. Ich bin blau und alles. Nick, schau. Wenn ich dieses Ticket benutze, kann ich wirklich deine coolen Power benutzen. Was auch immer, Mann. Haha, was auch immer. Ich glaube, das sind... Ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche Dingsbums, äh, Scores oder so. Nick, schau. Hm! Ja. Warum relai esARBEN! O Х maus. super dann haben wir doch hier alles tofu burger alter schwede das ist doch kein tofu burger können wir uns irgendwas holen sexy muschel bikini ok dass dieses sehr seltene outfit überlässt sich viel der vorstellungskraft für experimentierfreudige zommerjägerin band girl clown ok cyber suite ninja oh mein gott einfach nein ja 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 Halt den Maul. 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 Ja, ist mir schon klar. Töte Zombies und... Ja, und du willst... 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 Ich bin ein vàe... Das war's für heute. 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 Und er hat mich einfach weiter reingesetzt. Das bedeutet, ich hab's schon mal gemacht, wollte eigentlich nur das Outfit ändern und hab jetzt das Problem, dass ich den Scheiß nochmal neu machen soll. Ja, ist mir schon klar. Und das ist halt das, was ich jetzt extrem halt blöd finde. Tja, hier haben wir ja alles. Das ist, ähm... Malstromtraining, der niedere Drehgriff sorgt für Chancengleichheit. Tja, das ist, 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 das ist... Nimm mich mal mit. Ich hab' keine Ahnung. Ich will einfach nur einen Zombie-Klatscher haben. So. Ja, komm. Schon klar. Ja, ich habe eine Biologie hier. Ich habe einen Frock. Oh, ein Frock? Das ist gross. Das ist gross. Das ist vollständig unerwartet. Au. Au. Oh, nicht die beiden schon wieder. Oh, well. Ja, es kommt diese zwei. Die Polizisten sind einfach dumm. Du kannst halt nicht wirklich ausweichen. Also, das Kampfsystem ist halt echt beschissen. Ist halt wirklich kein Triple-A-Titel, muss man sagen. Traurigerweise. Ich hätte es gern anders. Aber hier fehlt eindeutig das Ausweichen. Das ist halt... Naja. Macht das alles so ein bisschen, ähm... Das ist halt ein schöner Metzler, aber... So ein richtig kontrolliertes... So ein richtig kontrolliertes... Das ist halt auch ein bisschen, ähm... Das ist halt ein bisschen, ähm... Das ist halt so ein bisschen, ähm... Und jetzt kommen sie an. Ich bin immer noch ein bisschen, ähm... Das ist haltbar. Hatsch. Und hier kommt sie? Die Tür auch nicht? Beste dir das also? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich Ei, ei, ei Ich bin aber auch nicht so gut in solchen Spielen Also ich sehe da jetzt nicht, dass ich da irgendwo Großartig was kontrolliere Es ist ein Ladebildschirm, warum ist das kein Checkpoint? Warum kann ich nur Roulette-Skills? Ja, ist halt die Frage, sollte ich... Naja, warum eigentlich nicht, ne? Kaufen wir mal zwei Stück Probieren wir es mal So, mal ein bisschen schütteln Wunderbar Money, 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 money Und keine Ahnung, was wir alles noch bekommen haben So, das hat geschickt Ja, ich musste den Dreher jetzt nicht machen Das haben wir schon gekauft Strikte Schuluniform Kimona Krankenschwester Hausmädchen Süße Kellnerin Hautenges Lederkleid Immer mitgenommen, was wir kriegen können Warum hat ihr keinen Top unter dem Overall an? Das Problem ist, ich würde diese Dinger gerne so alle mal testen Aber das Problem ist Ich habe keine Ahnung, wann der nächste Checkpoint ist Wie gesagt, wir waren ja eigentlich schon bei diesem Rock-Konst-Typen Aber Ja Und diese ganzen Sachen kannst du halt nicht skippen, auch wenn du sie halt kennst. Das macht es halt tatsächlich ein bisschen. Wir müssen Freunde auf Facebook sein. Ja, das sagt wirklich tatsächlich. Wir haben das Achievement wahrscheinlich bekommen für eine 69er Kombi. Na, Gott sei Dank. Es ist so cringe. Es ist einfach Müll. So, boom, 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 boom. Gut, wunderbar. Kannst du noch was trinken. Die Katzin kommt. Hey, ich erinnere diesen Mann. Er wollte mit uns schreien. Warum ist das jetzt kein Checkpoint? Warum ist das jetzt kein Checkpoint? Warum ist das jetzt kein Checkpoint? Das verstehe ich nicht. Na gut. Na gut. Willkommen zu der Moshped. Du grombierer Hunden-Sleeve. Ja. 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 Ja, kenne ich. So, was haben wir denn jetzt für einen Anruf bekommen? Ich weiß auch gar nicht, was man drücken muss, um einen Dingsbum zu kriegen. Unverzichtbar, mehr ist das schon wieder. Ich weiche mal aus. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Ja, wenn ich wissen würde, wie das funktioniert, außer Springen. Das war dumm. Ja. 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 Ich denke, du kannst besser machen. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich da irgendwo die Controls mal sehe. Einstellungen, Controls. Schnellfeuer halten. Ich habe keine Ahnung. Du hast eine Szene von all den Autos in San Romero gemacht. Oh mein Gott, du hast ein Glück, Baby. Fuck. Ah. War nicht so... Nicht so gut. Na gut, kriegen wir hin. Hui. Aber warum das kein Dingsbums ist. Warum das kein Dingsbums ist, ähm, ne, Checkpoint und ich die Schule nochmal machen musste, ist echt fragwürdig. Fuck. What a douchebag. Quit destroying shit for no reason. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Geh aus meinem Weg. Problem. Naja, Katzin hält sich in Grenzen. Und jetzt springt sie... Du bist irgendwie heiß, wenn... Ja, komm schon. Kannst du was anderes... Ja gut, kannst du nicht machen. So, jetzt gibt es erstmal voll Fett auf die Fress. Aber ja, die Checkpoints sind ein bisschen komisch. Ja, dein Arschloch ist mein Arschloch. Glaubst aber auch nur du. Beinahe tot im Chili da morgen. Hat er gerade mit dem Maus gebissen? Macht einen auf Ozzy Osbourne? Wie durchgeknallt musste man sein, um Chip und Chap mit Waterboarding zu foltern. What the fuck? Was ist dein Kopf, dickweide? Au. So, weg mit den Viecher. War mir schon klar. Ich hab gerade ein bisschen abgespritzt. What the fuck is wrong with dem? Der hat doch echt einen Knall. Julia, let's fuck up that speaker. Punks are dead, dude. Get real. Fuck that shit up. Time to give us to the man-pond for his mangina. Was, man... Au. Destroy the speaker. My package was that small. I'd never wear pants that tight. Yeah. I'm thinking you're a good job. Yo. Yo. Nice green-made button collection, ass. Julia, let's fuck up that speaker. Ach so, geht ja nur von einer Seite. No. Oh. 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 Ich würde es ja gerne lesen, aber... Das hat tatsächlich ja ein bisschen wehgetan. Nice leather vest. Ich meine, wirklich, das ist eigentlich ziemlich schön. Natürlich will er uns killen, du Affe. Oh, this sucks. So. Oh, die Drecksau. Ich hätte aber echt gedacht, das wäre wenigstens noch ein, äh, Dingsbums. Uncool. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schreien. Das tut echt flucht weh, Alter. Jeez, wie viel Emo. Ha, 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 ha. Okay, das ist gemein. Julian! Du hast es gemacht, Herr Smurf. Natürlich. Du hast die Welt von einem der verbotenen Vorboten der Finsternis gereinigt. Gib noch ein paar. Ja, super. Oh, nein. Es gibt keinen Untertitel mehr. Die Schule ist wahrscheinlich gefüllt mit Zombies. Sensei! Mr. Markawa. Juliet. Und Nick. Ich habe faith. Du kannst sie stoppen. Alle Menschen sterben. Oh, nein. Sensei, nein! Ich habe hier noch was für dich. Ich habe hier noch was für dich. Happy Birthday, Juliet. No. Sie ist immer meine Lieblingsschülerin. Ich bin immer noch die einzige weibliche Schülerin. Ich bin immer noch die einzige weibliche Schülerin. Mach's gut, Sensei. Pam, 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 pam. Also, Ausweichen ist echt beschissen. Oh, yeah. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber... Chainsaw Dash. Und Chainsaw Dash. Was zum Geier. Ja, kann man mal machen. Du hast Level 1 abgeschlossen. Zur Belohnung. FP3 erhalten. Kettensägenritt erst... Du kannst den Kettensägenritt erst am Level 2 benutzen. Okay. So, ich würde aber gerne noch mal anderes Kostüm. Wir brauchen ja... Wow, sexy. Der Nicker, ich wünsche, ich hätte jetzt ein Penis. Muschelbikini, was? Äh, ja. Machen wir hier mal ein bisschen Fanservice. Jawohl, Schulmädchen. Hautenges Lederkleid. Na komm, machen wir mal den Muschelbikini. Komm, für die Dingsbums. So, ab geht's ins Stadion. Let's go! Versteckt dieses Spiel vor euren Eltern. Es hat auch voll viele coole Vorteile, nur ein Kopf zu sein. Sehr entscheidende Entzündung, bist du völlig immun. Und es ist total cool. Ich bin das einzige Mädchen überhaupt, das einen abgetrennten Kopf zum Freund hat. Ich habe aber keinen Lüfter und ein Modus-Accessoire zu sein. Das ist mein Leben, ich. Ist das Regen? Oh oh. Holy shit! What the fuck? Okay, das Schiff ist keine cool. Äh, hallo Twitch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich mir da für ein Outfit reingezucht. Ähm, ich werde gleich das Outfit ändern. Ähm, das sieht komisch aus. Ich bin meine Frau Cordelia, sie ist auch ein Zombiehunter. Really? Hey, Cordelia! Können Sie mich hören? Hey! Was ist denn, Juliette? 20? Lisa, ähm... Hey, Cordelia! What's up? See you in a few! Right now, I'm gonna go kick some zombie ass! Kann man mal machen. Oh yeah! I almost forgot! Was ist eine Familie? Ich kann dich nicht hören! Oh Gott. Ich kann nicht, wenn du keine Blase hast. Ich könnte mich einpissen. Ich könnte mich einpissen. 10, 10, 10, 4, 5. Was? Also wenn die über Arschfick reden, dann will ich nicht hier mit diesem Outfit hier langlaufen. Warum kann ich keine Pause machen? Oh, komm schon. Oh. Ja, das geht ja noch, aber... Hä? Warum muss ich das so machen? Oh. Na dann. Müsst reitschreiben, wenn... Aua! Oh, du Lappen. Hm? Oh. Ah! 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 Where to now? Most importantly, I want to find my birthday present my sister dropped. Secondly, I want to save my sister's life. Why? Well, you have your priority straight. Let's go! Ja gut, die Abschnitte werden jetzt halt immer freigesetzt. Das ist so ein Ciché. Oh man, unser Quartierbein ist ein Zombie. Und tönt ihn trotzdem. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Ich papp noch B gedrückt zum Ausweichen. Gib mir eine Chance, ich schaff das, das wird ein... Gigi! Hey, schau, es ist die Welt-Serie von Lame! Ja! Hehehe! Jaja, ja. Oh, komm! Sophia! Gibt's hier noch irgendwas? Nee, ne? Ja gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt so tragisch. Brauch ich jetzt nicht zwingend. Ich wollte eigentlich mein Outfit wechseln, aber ich hab jetzt keine Lust, den ganzen Scheiß neu zu machen. Dass das kein Checkpoint ist, ist echt eine Frechheit. So, Kostüme. Na, ich weiß nicht. Das könnte ganz gut sein. Es ist doch scheiße, dass man den ganzen, dass man das levelt gleich von vorne. Dass man das halt alles von vorne machen muss, finde ich nicht so geil. Also... Also... Nichts. na gut. Na gut. Entschuldigung. Wo bist du jetzt? Die wichtigste, ich will finden mein Geburtstag, die meine Freundin zerbricht. Zweifel, ich will save meine Freundin's Leben. Na gut, du hast deine Priorität, Strait. Ich weiß, jay! Wir kommen auf den Rücken der Schule und finden den Flödieböck. So, wunderbar. Super! Ja, komm, wir wissen's. Wir müssen sowieso hier in das Gebäude rein. Das ist absolut meine Art von Spiel. Ist lustig. Oh, komm schon. Wirklich. Hätten manche Sachen ein bisschen besser timen können. Wie kann die denn in diesen High Heels rennen? Dass das kein Checkpoint ist, ist eine groß komische Frage. Be careful, Juliette. Dieses Ort ist abgeholt. Gott, ich liebe Shopping. Yogaöl, das gibt uns ein bisschen mehr Erholung. Okay. Aber das war's auch schon, ne? Wir können nicht viel machen. Warte mal. Ich wundere, was sie haben. Hier ist es, hier ist es! Dating Outfit, Häschenkostüm, Motorradhelm, Corderlays, Rosalines Dads, Mom, japanisches Teensmädchen, sexy Motorradluft, Bandgirl. Ja, da müssen wir halt noch einiges machen. Wie war's? Was war's? Ja, das war's. Oh, danke! Was ist dein Lieblingsfarbe, Nick? Blur? Ich brauche einen Freund. Oh, ich brauche einen Freund, ich weiß, warum ich über dich lerne. So, warte mal. Ne, das ist falsch. Kann ich nicht... Achso, ja. Dann aber Nick schütteln. Blaster Bullet? Ich habe keine Ahnung, was Blaster Bullet ist, so weit bin ich noch nicht. Deren Arme müssen so schlapp werden. Aber nehme ich mal mit. Gibt es hier noch irgendwas? Ne, ne? Mami ist hier. Na, nach oben kann ich nicht. Oh, ich bin jetzt. Oh, ich bin jetzt. Ich werde meinen Mund schlappeln. All diese kleine Feuer sind gefährlich, aber ein bisschen atmosphärisch und romantisch. Nichts, Nick? Ja, aber ich glaube, wir müssen uns fokussiert bleiben. Ich weiß. War es nicht, als wäre ich mit dir oder was? Ich wusste nicht, was du meinst. Ich glaube, das ist eher irreleventisch. Ich glaube, das ist eher nicht relevant. Seine Petrischale legen und durch Magie ein Baby heranwachsen lassen. Tja, vielleicht. Cool. Mit 5%iger Wahrscheinlichkeit, dass es ein Kandibale wird. Oh mein Gott. Oh, nicht schon wieder. Ja, ja, probier es mal. Äh, what? Nimm mich, nimm mal mit. Das lief besser als gedacht. Let's go, Nick. Oh mein Gott, der Nick. Ich habe meinen ersten Zombie mit 6 Monaten getötet. Was? Wie? Da habe ich noch einiges... Bam, 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 bam. Oh nein. Oh nein. So. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das war's für heute. 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 Ja, ja, Nick, ist doch schon klar. Gut, dass das klappt. Ist wohl nicht ganz durchdacht. Ich will dir noch einen Trick, den Sensei taught me, Nick. Es ist der Big... Hold on! Hold on, mit was? Zombie-Basketball! Och nein! Oh, okay. 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 Oh, come schon. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Studio. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, Oma. Oma Zombie. Ah, sweet, die beiden. Easy, Oma. Mach's gut, Daniel. Ich bin tot und echt fett. Oh, Mann. Ich kann mir gut vorstellen, warum so viele, äh, warum diese ganzen Lappen sich über das Spiel aufgeregt haben. Ich feier's. Was zum Pimmel ist hier eigentlich los? Das ist mein neuer Spruch, den ich erfunden habe. Magst du ihn? Wait, what? Alter, das kannst du doch nicht bringen, Juliet. Danny hat keinen Pimmel mehr und du hast ihn die ganze Zeit mit seinen Augen an deinem Arsch. Was zum Geier. Was zum Geier. Ich hab so Bock. Hey, grüß dich. Erstens, schön, dass du da bist und ich liebe es. Es ist aber auch echt meine, äh, Art von Spiel. Ich muss aber sagen, das Ausweichen fehlt mir so ein bisschen. Es fühlt sich eher, als wenn es ein sinnloses Hack-and-Slay wäre. Ah, den Sprung will ich nochmal machen. Ähm, es macht wirklich Bock, tatsächlich. Na gut, passt schon. Also, ich feier's tatsächlich ab. Aber ich hab auch das Original halt gefeiert. Beziehungsweise, ich wollte es feiern. Naja. So, kann ich mir hier noch irgendwas holen? Ne, ne? Bis auf Nick-Tickets und Platin-Metal. Ich hab hier auch fast nix. Ein Nick-Joke. Ach, Shake. Also, ich hab's hier für Steam geholt. Das ist gerade ein paar, ein paar Prozent runtergesetzt. Also, ich glaub für 41 oder 42 Euro. Durch das fehlende Ausweichen hab ich aber nicht das Gefühl, so viel Kontrolle im Kampf zu besitzen. Also, man merkt, dass es ein Remastered ist und dass die nicht so viel gemacht haben. Aber ich liebe halt einfach Gleichzeitig, Freund und iPod. Okay, das ist lustig. Aber mir fehlt so ein bisschen das Ausweichen, weil das B ist halt das Springen. Und das ist halt das Problem jetzt hier gerade. Das fühlt sich halt nicht ganz so extrem gut an. Ah, okay. Kann ich da unten noch irgendwas holen? Ne, ne? Ich kann's nur empfehlen, aber... Oh, es fühlt sich toll, dass die Leger wieder zu haben, auch wenn sie wirklich lang sind. Man muss es halt echt feiern. Wenn ich Nick wäre, ich würde lieber sagen, Juliet, gib mir den Gnadenstoß. Ich meine, er hängt die ganze Zeit an ihrem Arsch und macht nichts anderes. Die macht ihr die ganze Zeit so richtig komplett wild und er kann noch nicht mehr dicke Eier kriegen. Ich finde es halt interessant, dass alle Spiele, die kontrovert sind, von vor allem hier Sweet Baby Inc. und so ein Kram, dass die Spiele, die da drauf scheißen, eigentlich voller Erfolg werden. Aber das ist eigentlich das, was Gamer wollen. Eine Pause machen und einfach chillen. Oh, shit. Ich hab den Lolli nicht gekriegt. Was zum Geier. Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Ah, der schwere Schlag ist halt ein bisschen extrem lang. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Oh, da weck mich doch. Natürlich. Genau jetzt. Katy Perry Song? What the fuck? Also die Sprüche haben sie so ein bisschen akkurat gemacht. Aber halt das Gameplay, naja, geht so. Technisch ist es erstaunlich gut. Aber du kannst halt auch nicht so viel auswählen. Also. Torso und Beine und so ein Scheiß. Beautiful. Ich bin gerade so ein bisschen wie bei Wave Race. Ach ja. Lollipop, Lollipop. Das Blöde ist natürlich, ich muss halt den Streamer-Modus benutzen, weil ich glaube mit den Kult-Songs ist es halt echt geiler. Wow, wow, rock your boat. Weißt du? Holy shit. Yo. Holy shit. Oh fuck. The game starts with the home team losing by an overwhelming amount of runs. Awesome. You shot him, you shot him instead of throwing a ball at him. That's hilarious. Sweet shot. You shot him instead of throwing a ball at him. Ich hab' ich hab' keine Ahnung. So, let's go, Nick. You shot him, you shot him instead of throwing a ball at me, Nick. Yeah. Haha, I'm Ted Williams, you face. Yeah. Cool. Na, jetzt sind die Firefighters halt auch nicht das Problem. Yes. Haha. Neat. Awesome. Wow. Ich bin echt nicht gut im Zielen. Das kannst du sagen, kannst du machen, was du willst. Ich bin echt gut im Zielen. Nimm mal mit. Hey Kai. Guten. Okay. Erstmal Chili da abschießen. Hmm. Ufff! Oh, Gott sei Dank. Auch in Zombie-Baseball gibt es wohl einen Babe-Root. What the fuck? Okay. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das Schiff ging über die Schule, unrealistisch gigantische Schwimmbad. Total. Let's go. Juliette, Mom. Oh, Mami. Cordelia will sich ein Motorrad kaufen, glaubst du? Nee, unten nimmer. Die Dinger sind Todesfallen. Schlimm genug, dass dein Date eins hat. Das gilt übrigens auch für dich. Warum kriegen wir kein Motorrad? Ja, wir haben ja schon alles, ne? Wir können halt echt nicht mehr viel machen. Was soll ich bekommen? Was ist denn jetzt irgendwie? Warum ist denn da jetzt ständig irgendwie... Guck hier, guck hier, guck hier. Hey, Medaillen. So, sexy Muschi-Bikini. Äh, Muschel-Bikini. Entschuldigung, den haben wir ja schon. Gestreifen-Bikini. Purple Pride. Wir haben strikte Schuluniform. Kimono, Krankenschwester, Hausmädchen. Süße Kellnerin. Naja, nehmen wir strikte Schuluniform. Warum nicht? Wir laufen eben Abendkleid drum, also... Schönen Sie, was hast du? Körgtrich. Cordelia! Was? Juliet! Da gibt es etwas zu dir! Nein, Cordelia! Das ist nur mein Abitur, Nick! Oh, hey, gut zu hören. Wie geht's? Hey, er ist kürzlich. Hey. Autsch, das ganze Körper ist kürzlich. Ich muss ja keine Angst haben, um dich zu verdienen. Das Essen würde einfach unten aus dem Hals rausfallen. Oh mein Gott, wäre ich nicht mehr so dick und schwabbelig wie jetzt. Ich will nicht, dass du deine Essen aus meiner Nacken fallen willst. Das ist schrecklich. Bye, Skrellinger. Auf zum nächsten Sieg. What the fuck? Und ihr auch. Süßer Freund ohne Körper, dessen Namen ich vergessen habe. Alter Schwede, die sind dem Typen so am Hinterhersimpen. Und der kann doch nicht mal einen Ständer kriegen, ey. Hängt aber der 18-jährige Juliet ständig am halbnackten Arsch. Flucht der Kackewix. Das ist ja ganz schön, um einen Puff auf mein Deck zu setzen, Mädel. Ich glaube, ich werde sehr krank. Ich stelle mir dieses Miststück in mundgerechte Stücke. Probier's, du Wichser. Ich werde ihm einen Hut aus deinem Gesicht machen. Oh, das ist eine gute Idee. Und ihre Wirbelsäule als Rückenkratzer nehmen. Das könnte lustig werden. Lass uns ihr den Viking-Wall zeigen. Haha, ha, 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 ha. Viking-Metal-Zombie. Oh, wei. Na dann. We are Vikings, your damn style. We like to drink and fuck, fuck, fuck. Haha, ha, 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 ha. Juhu. Tiddy. Ho, ho. Rock. Ja. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, 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 ha Na, du traust dich was, Kleine. Au! Ah, die Kamera-Führung ist halt echt. Er ist wie ein Wurm, es sind zwei davon. Es gibt bestimmt drei von denen. Ich fühle die Macht des Gottes in deinem Blut. Au! Ja, machen wir mal so. Ich glaube, das ist echt einfacher. Ich glaube, ich habe hier gerade was gebrochen. Eine KI oder so. Nein, es ist Zeit. Finish him! Nein, ei, ei, ei. Easy. Unmöglich. Ich bin ein Krieger. Ich kann nicht von einem Mädchen besiegt werden. Ich höre, Viking-Greins sind gut für Tar sein. Hallo. Du böser Bengel. What the fuck spiele ich hier? Ich feiere es. Aber was zum Fick spiele ich hier? Das geht mir auf die nicht vorhandenen Eier. Oh nein, mein Lollipop. Not bad. Du kannst den Ketten-Sägen-Blaster ab Level 3 benutzen. Okay. Wollen wir das Outfit von der Juliet nochmal ändern? Dass wir mal ein bisschen was sehen. Willkommen in meinem Lollipop. Nichts hat es immer fit. Oh Mann, ich wünsche, dass ich meinen Penis hatte. Oh mein Gott, ich feiere diese lustigen Sprüche. Ich finde es einfach... Okay, das ist das Normale. Wow, wir sind zu heiß, Julian. Gott, ich wünsche, dass ich einen Penis hatte. Ja, ist mir schon klar. Wie sehe ich? Oh mein Gott, du bist so schön. Ich habe etwas Neues. Oh, sexy. Na komm, wir machen mal für Kai mal ein bisschen Fanservice. Warte mal, ich will mal gucken. Juliet's Room. Geht das? Illustration. Juliet's Starling. Zombie-Jägerin Alter, 18. Das ist schön. Total verliebt in Nick. Lieblingswaffe, verzauberte Kettensäge. Lieblingsspeis, Erdbeer-Lutscher. Durchschnittsnote 1,5. Hobbys, Cheerleader, Cheerleading, Karaoke und Tote-Zweiteilen. Geheime Macken. Hört gerne, dass sie nicht fett ist. Okay. Ja, ich glaube, das hat man relativ schnell durchgespielt, ne? Oh, Obana Farm. Oh nein, es haben die Kühe. Den hat sie verloren. Ich habe dich doch gerettet. Ineffektiv gefühlt. Also habe ich mir gedacht, warum ziehst du nicht, warum ziehst du es nicht gleich ganz durch? Du weißt schon, untut werden, so richtig. Das ist ein Traum. What the fuck? Mich kann ich bremsen. Oh, unsere kleine Schwester, glaube ich. Meine kleine Schwester. Let me guess, sie ist auch ein fricking Zombiehunter? Hey, Juliette, ich komme, dich zu retten. Was ist passiert mit diesem Bus? Oh, es ist wirklich irritierend. Ist das eine neue Brücke? Warte, es ist dein Freund. Er ist eine dekapitierte Hände? Ach, du Scheiße. Sie haben mal das gutste, was es gibt. Ah, ich habe fast einen Vogel getroffen. Aufpassen. Meet Justin Bieber. What the fuck? Hi, Rosalind! Scheiße! Sorry, es ist nicht meine Schuld. Dieser Bus ist verbrannt. Rosalind, das ist Nick. Oh, wow, du bist cool. Was sieht es aus, wie sieht es aus? Kannst du die Knie aussehen? Oh, krass! Es macht mich verbrannt. Oh, ja. Schön, dich zu treffen. Ah, es ist verbrannt. Ah! Es kann sprechen. Und ich liebe es. Deine Familie ist ganz schön. Riechst du das auch? Nein, keine Ahnung. Das ist alles total normal. Ah! Die Brücke sind nicht. Nein! 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 Hey! Habe ich vergessen. Oh, Drecks, habe ich ja vergessen. Oh mein Gott. Da stimmt doch was nicht. Wow, Rosalind hätte ich das auf meiner Amazon-Wishliste gesehen. Nick Popper! Ich kann deinen Kopf mit ihm schreiten. Nick Popper! Das hört sich so falsch an. Oh, was ist denn los? Oh, was ist denn los? Wo habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Ich bin glücklich, dass ich meine Zombie-Underwäsche, du hast nichts anderes drin. Na dann. Was war das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der durchschen Knall. Was zum? Halt die Klappe, du machst dich doch nur über meinen gigantischen Hintern lustig. Kann man mal machen. Ja, jetzt entspann dich doch mal, Nick-Boy. Ich hab nicht die geringste Ahnung, was ich da machen sollte. Mann, da hat der gerade Spaß dran. What the fuck? Hoffentlich bleibt kein Finger in meinem Hintern stecken. Wo sind die Klappe? Wo sind die Klappe? Oh, ein anderer Limo Bomber Zombie. Ja, kein Problem. Wow. Ja, so siehst du raus. Ich wollte nicht unsensibel sein. Ich bin tot und ne fette Sau. Ich bin tot und nehmt ein bisschen zu intim mit diesen Klappen, wenn du was sagst. Oh, oh, oh. Du meinst, er hat Sex mit ihnen? Vomit! Ich bin tot und nehmt. 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 Sechs. Sechs. Echs. Yo, got this. Was zum Geier. Das sah falsch aus. Das sah so falsch aus. Aber ich feier's. Na Kai, was sagst du zu dem Spiel? Gefällt es dir? Du hast leider das andere Spiel verpasst. Was ist das? Alles bis jetzt war ein bisschen Spaß. Aber das ist mir wirklich verrückt. Ah! Ah! Aloha! Ah! 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 Machen sie sich gerade über Zombiesprache lustig. Easy. Ich möchte sterben. Ah, dabei habe ich so ein süßes Kostüm für dich angezogen. Ei, ei, ei. Wow, ich hoffe wirklich, deine Schwester nicht tot ist. Warum sagst du das, Nick? Sorry. Können wir uns einen Bikini kaufen, der noch mehr zeigt? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. So. Zielsuchende Schuhe. Oh. Aromatisches Yoga-Öl. Oh, wir haben nicht genug Kohle dafür. Fuck! Wir haben aber das meiste, ne? Plasterkugeln. Ja, Erholung. Wir brauchen noch ein bisschen stärker, aber das passt schon. Warte mal, habe ich noch irgendwelche Silbermünzen? Krasse Fähigkeiten. Oh, jetzt wird es langsam richtig teuer. Das ist ein schönes Hack-and-Slay. Okay, so ähnlich wie Dingsbums. Äh, was zum Geier. Oh Mann, ich dachte nur, ich wünschte, dass es hier fliegende Zombien gab. Warum dachtest du das? Sie versuchen, uns zu töten! Wie war das? Das war ironisch. Ha, ich kümmere mich um sie, Nick. Was ist mit meinen Lagen? Ha, 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 ha. Boxring stecken und sich gegenseitig tothauen lassen. Das ist unmöglich. Komm schon, das wäre lustig. Alter, hast du gerade beschrieben, dass man mit... Ist das nicht das Prinzip von Hahn kämpfen? Der wollte ein paar Zombies innen. Hey, es ist Mom, Juliet. Du wirst nie glauben, dass du dich nicht glaubst. Und das glaubst du nie? Rosalind hat sich mit einem... Hat sich ein Bus gekauft. Ja, richtig gehört. Ein Bus. Warum sollte jemand sowas tun? Was ist bloß mit deiner Schwester? Tja, wer weiß, was die wilde Hilde da wieder macht. Aber... Nicht mit uns. Wir haben das doch schon längst mitbekommen. Ich habe so das Gefühl, unsere Mutter will uns ständig irgendwas zeigen und erklären. Ich habe so das Gefühl, unsere Mutter will uns ständig sein. Au. Alter, Zombie-Kühe. Zombie-Kühe. Pam, 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 pam. Juhu. Hat es irgendwas gebracht? Nee, ne? Ist einfach mal ein schwebendes Dach. Kann man mal machen. Warum nicht? Ansonsten gibt es hier nichts, ne? Oh, die soll aber aus dem Bus aussteigen. Da war das Action-Kommando in der falschen Situation. Rosalind, komm aus dem Bus! Komm schon! Rosalind, wo bist du? Cool. Das war so klar die... Rosalind? Warte, bist du noch auf dem Bus? Warte, warum ist sie driving? Sie wird deine Kopf auspielen. Das wäre so süß. Dann würden wir zusammenpassen. Was ist denn mit dir los, ey? Alter, Nick, halt's Maul. Na, komm jetzt. Auf. Wir sollten mal zur Farm zurückkönnen, wenn wir alle Zombies töten und auf den Kühen reiten. Du willst ne... Sei doch nicht so rassistisch gegenüber Kühen, Nick. Du willst ne Kuhn reiten? Ähm, der Nick hat da schon richtig... Warte mal, das klang wirklich falsch. Och, Mann. Er hat grad ne komische Phase. Also, es ist Pubertät. Keine Ahnung, aber hier stimmt was nicht. Schau dir den Pilz an. Was zum Geier. Mir ist gar ein Schwummel. Ich, oh, Mann. Es ist wie ein... Alter, what? Was zum Geier. Ach, nee. Ach, nee. Das sieht alle so falsch aus. Wir machen jetzt Chick McNuggets. Genau das Richtige. So. Hallo, Colonel. Lecker. Was zum Geier. Alter, Julia, du hast die falschen Pilzsporn eingeatmet. What the fuck sehe ich hier? Genau dafür, wo... Genau das, wofür du hier bist. Dieser Trip ist noch nicht vorbei, Kindchen. Ich sitze gerade auf dem Träger. Ähm... Ja, Mähdrescher! Mähdrescher Zombies! Yum, 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 yum. Das macht mich, ich will ein Farmer sein. Also, wenn eine Zombie-Apokalypse kommt, bleib mir einfach ein Farmer. Ja, also... Das Fahnen wird dann, äh... Das Verkaufen wird dann als Gammelfleisch an McDonald's für besonders billige Burger. So gerade gesagt, das Gras soll die Fresse halten. Naja, gut, also... Was? Nein, ich meine Hush-Keks. Ich nehm doch keine Drogen. Ich auch nicht. Eklig. Genau, ich weiß nicht mal, wie so ein... Was so ein Space... Ja, ja. Natürlich, ganz genau. Jetzt auf einmal. Wenn deine Freundin sagt, dass sie Drogen eklig findet, das wird natürlich der Grund sein, weswegen du auf einmal nicht weißt, was das ist. Oh, ich will das Feld komplett mähen. Jetzt kommt gerade der Farmer in mir raus. What the fuck sehe ich hier? Tja. Was zum Pippel, wo sind wir denn jetzt? What the dick? Oh, fuck. Ran an die Euter. Das klang jetzt falsch. Was zum Pippel, wo ist das? Mach dir keine Sorgen um den Groch. Ich hab mich nur selbst eingeschissen. Pinkel auf die Felder. Kann man mal machen. Das ist auf jeden Fall besser als Barbies Streamhouse-Adventure. Glaube ich. Hoffe ich. Warte mal, muss ich hier lang? Nee. Nee. So, erstmal mitnehmen, was wir kriegen können. Keine Ahnung, was mit der Schwester hier los ist. Yay! Shopping! Das macht uns fröhlich! Oh, Gesundheit. Blasterkugeln. Oh. Yay! Ja, wir haben nicht genug Kohle, um irgendwas zu holen. Warte, was? GPS, um ein Bus zu finden. Genau. Let's go, Nick. Ich will zwar nichts sagen, aber ich glaube, das ist ein bisschen buggy, oder? Ja. Du kannst es machen. Cool. Ja. 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 Das kann man mal machen. 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 So, ich habe das nicht so gut gemacht. Okay. Das wäre so super cool. Bist du sicher, dass du kein Space Cake hattest? Alter, was? Ja, ist mir schon klar. Wir werden uns versuchen, einen Bouldern aufzunehmen. So wütend. Rosalind, warte! Warum stehst du immer aufzunehmen? Es ist irritierend. Besser die Straße fressen, sonst wird das unser Ende. Na, super. Eine kleine Schwester, die nicht auf uns hört und die ganze Zeit mit dem Bus rumfährt. Grundkuss für Zombiejäger. Je schneller du ein Level abschließt, desto höher... Yay. Du solltest natürlich auch so viele dieser unthütlichen Arschlischertitten wie möglich. Ach, ja, ist ja klar. Zombie-Pferde! Oh nein, nicht wieder so ein Mushroom. Oh fuck, muss ich das machen? Wahrscheinlich, ne? Oh nein, nicht wieder so. Er hat den Spruch gebracht. Ich hab's nur gewartet drauf. Er hat den Spruch gebracht. Was zum Geier. Ich hab keine Ahnung, wie das möglich ist, aber es ist mir egal. Ja, ist mir schon klar. Es ist ein Soundbug. Es ist einfach ein Soundbug. Geh die Arsch runter, Juliette. Geh die Arsch runter, Juliette. Geh die Arsch runter. Was zum Geier ist mit diesem Spiel los? Egal. Ja, mach doch mal. Erstens fährt er nicht schneller. Zweitens... Und Leute umzubringen macht so Spaß, solange es Zombies sind. Alter, 300 von denen. Geh die Arsch runter, Juliette. Ja, kann man mal machen, ne? Ich fahr mit dem Mähdrescher auf meinem Feld. Kill diese Zombies, dann bin ich der Held. Können wir bitte... Mit meinem Mähdrescher mach ich aus den fettes Hackfleisch. Das verkaufe ich an Rewe. Das macht mich reich. Oh yeah. Zombie geschnetzeltes mit Rotkraut und Zwiebeln. Mach ich mit der Juliette und kümmere mich um eure Schniedel. Ahem. Moment. Warum kann ich nicht andersrum fahren? Lauf doch nicht vor mir weg! Ach, Quatsch. Ich hab davon noch nicht mehr echten Arsch in der Hose. Buchstäblich. Okay, der Nick, den trifft es halt echt scheiße. Alter, dieses Spiel muss auch Spaß gemacht haben. Kann es sein, dass es besser ist, wenn ich andersrum fahre? Ich glaub, das sind unendlich viele, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch über... Dass das nur 52 sind. Ich würd gern mal wissen, woher diese Dingsbums rauskommen. Ja, das sind ne Menge. Hier war die Herausforderung nicht, äh, gegen die Dingsbums zu fahren. Oh nein, Soundbuck, Soundbuck, Soundbuck! Hört ihr jetzt? Kann... Oh, Gott sei Dank. Mir wird übel, wie damals, als Vater O'Malley mir Hoh vorgegeben hat. Wait, what? Nick, wer weiß, was der mit dir gemacht hat. Ich weiß nicht. Wart mal noch ein bisschen. Wart mal noch ein bisschen. Ich hasse das. Ich hasse das. Oh yeah, Pole Dancing. Das ist wie einer dieser deutschen Pornofilme. Ich hab schon mal einen gesehen, aber ich würde ihn... Ich würde mir nie einen allein anschauen. Bäh! Warte, was? Wie einer von diesen deutschen Pornos. Alter. Juliet, der hat jetzt überhaupt keinen Grund mehr welche zu gucken. Erstens hängt er die ganze Zeit sowieso nur an deinem Arsch. Zweitens. Was will er denn da machen? Was soll denn da passieren? Alter Schwede, diese Dialoge zwischendurch, ne? Die sind schon... Keine Shame, aber lustig. Na toll. Oh, Lolli und Münzen. Lolli Pop, nehme ich mit. Natürlich dürfen die, äh, äh, natürlich muss das Spiel natürlich die Boobs bewegen, wenn sie sich bewegt, ist ja klar, ne? Ich meine, das Spiel ist ja genau das, was wir erwarten. Ja, so ein bisschen, nicht ganz so extrem, aber ein bisschen. Ja, das kannst du vergessen. Oh, ein Anruf, das geht jetzt gerade nicht, Mama. Ich stumpf Bock gehabt vergessen, die Milch für deinen Kuchen zu kaufen. Könntest du vielleicht Milch mitbringen, wenn du schon unterwegs bist? Oh, warte mal, ich bin wirklich eine Dumpfbock, es steht ja eine vor mir. Ach, Mutti. Ich bin gerade in einem knappen Bikini dabei, böse Jungs zu besiegen. Ich kann jetzt nicht. Oh. Ich bin gerade in einem Kuchen, was ich sagen soll. Gy Tá, ich bin. Oh. Holy shit. Da gibt's Leute, die nutzen echt abgefuckten Dünger. Das hört sich falsch an. Au. Check this out. Oh nein. Oh, fuck. Wir müssen erstmal unseren Boyfriend den Kopf schütteln. Das sieht so komisch aus. So, liebe Mädels, macht ihr das übrigens mit eurem Freund. Erstmal eben die ganze Geldbörse aus dem Kopf schütteln. Dafür müsst ihr nur ein Bikini anziehen. Einen sehr knappen. Oh nein. Nein! Ah, das war mehr Lack als Verstand, dass ich das jetzt gerade eingesetzt habe. Aber es war richtig gut. Das hat mir gerade echt den Arsch gewettet. Das hat mir gerade echt den Arsch gewettet. Das hat mir gerade echt den Arsch gewettet. Alter, es geht hier ab. Ich brauche erstmal einen Lolli. Hm, hm. Jetzt habe ich wieder Energie. Holy shit. Hallo, Grandma! Alter Schwede. Hast du auch Hämorrhoiden? Ja, komm. Ja, komm. Ähm, nein! Wo ist Rosalyn? Rosalyn! Wo ist denn die Kleine jetzt hin? Wo ist denn die Kleine jetzt hin? Und wie bockt es? Was? Tatsächlich? Unerwartet gut. Kann man da noch was kaufen? Nee, ne? Ah, ich kann mir krasse Fähigkeiten kaufen. Heilige Kettensäge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 wirksam gegen Gruppen. Erweitert KS-Paradies um ein Schlitzer. Äh, nehme ich mal mit. Um ein Schlitzer. Um ein Schlitz, bitch. Ja! Haha. So. Ich glaube aber, das kriegen wir tatsächlich gut hin. Haben wir noch irgendwas? Overall. Ah, Mist. Krankenschwester können wir holen. Das Hausmädchen können wir holen. Wir müssen jetzt unsere kleine Schwester suchen, die total gaga ist. Ich glaube, das kriegen wir heute tatsächlich durch. Das ist nicht so lang. Hurry, Juliette! Steig doch eher aus. Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Alles in Ordnung? Ja, ich schätze schon. Der Plus hatte ne blöde Panne, aber ich hab ihn reparieren. Hey Rosalind. Nice meeting you up close. Ähm. Wie hast du den Bus repariert, Rosalind? Erst letzte Woche musstest du dein Auto reparieren, weil du nicht wusstest, dass Autos Öl brauchen. Alter Schwester, das ist gruselig. Wo sind wir hin? 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 Wo sind wir hin, George? Du bist großartig. Alter, ich hab... Alter, ich hab... Nein, du hast hier... Na klar. Fanservice. Nur für dich und für Kai. Alter, so gruselig. Wo sind wir hin? Wo sind wir hin? Wieso bekifft? Ein bekiffter Zombie. Überschreite die Grenze deines Verstandes. Verliere dich im ewigen... ...kollektiven Unbewussten und verrotte. Halt dein Maul! Hör mal! Sag mal, warum versuchen sie es nicht mit Deodorant? Weil ganz ehrlich, sie stinken wie Sau. Ah, dieses hier war genau, dieses hier war genauso unverschämt. What the fuck? Klar, wahrscheinlich eher für dich, weil du dir die Schlange bist. Auf jeden Fall! Deswegen sitze ich auch mit meinem Becken so ein bisschen nach hinten. Influences. Jefferson Airplate. Das war viel zu schnell. Also die Bosses sind jetzt nicht so schlimm, tatsächlich. Aus einer Wahrheit werden zwei. Alter Schwede, ernsthaft. Hat die sich gerade selbst zerrissen? Die bereitet sich schon mal auf meinen Schwanz vor. Was ist das? Was ist das? Die Persönlichkeit von mir aus. Was ist das? Oh, das ist schrecklich. Oh, komm schon! Ah! Ich habe eben gesagt, das ist gar nicht so schwer. Ah, ich habe eben gesagt, das ist gar nicht so schwer. Alter, was zum Fick ist dieser Boss? Alter, die nimmt mir aber viele Lollis. Geh! Spend. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was ist das? Jetzt ist es mir. Ja! 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 Alter, das sieht so krank aus. Aber nicht schon wieder. Oh, nee. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade spiele, aber ich finde es interessant. Just keep moving. Du kannst ja einfach unendlich Frauen herstellen. Na, weiß ich nicht. Ich halte dich eher für viel zu viel Arbeit. Ich wäre schon froh, wenn ich mit einer zurechtkommen würde. Erstick doch an deinen Birkenstocks, du Psychopathin. Wow, heftig. Peace out, aber sowas von. Erstick doch an deinen Birkenstocks. Wir sehen uns. Ein veganer Hippie-Zombie. Jetzt habe ich alles gesehen. Und jetzt müsste da so eine Kackwurst bei der Pose rauskommen. Einfach so ein kleines braunes Würstchen. Oh, mein Gott. Ich darf niemals zu den Entwicklern gehen und sagen, hier, da könnten wir doch mal was machen. Wir können hier die ganze Zeit hören. Rosalind? Sie ist nicht hier. Der, für den du bestimmt warst. Warum tust du es so, als wärst du Siebenhawking? Ich habe den freaking kleinen Superfreak hinter, hier bei mir. Nimm deine Pfoten vor mir, du pädophiler Dreckssommel. Jubil, mach dir keine Sorgen um mich. Oha. Wenn du deine Schwester wiedersehen musst, musst du ein Spiel spielen. Begib dich zum Fuggy Fun Center. Ich komme, kaum erwähne, mit deiner Leiche zu feiern. Es ist eine Falle, Juliette. Wir können nicht ganz alleine reinstürmen. Wir haben keine Wahl, Nick. Wer sollte uns denn helfen? Daddy! Dad, Aker, Julian Starling! Alles klar. Hint mal mit. Wir müssen da lang. Ich würde aber tatsächlich gerne noch mal Kostüme ansetzen. Wir ziehen einfach den gestreiften Bikini an. Oh, Schulmädchen? Oh, wir nehmen den Overall. Oh, Mann. So, wir haben nicht mehr viel vor uns. Du, du, du. Äh, kleiner und Ärger passen zu Sammies. Fahst aufs Auge. Junge, pass lieber auf, wo du meine Tochter berührst. Nick, ich weiß, du hast mir alles von ihm erzählt. Hast aber irgendwie vergessen, dass er eine Behinderung... Das ist auch eine ganz neue Story, Sir, ich. Scheint ja ein ganz netter Kerl zu sein. Aber wer auch immer mit Juliet zusammen ist, ist ein Teil des Familiengeschäfts. Und was genau willst du machen? Mit deiner Zunge magischen Sternchen auf Schuppen? Könnte sein. Sie hat keine Ahnung, ob meine Zunge gelenkig ist. Das ist mal so typisches... Ich bin der Köder und ziehe die Aufmerksamkeit der Zombies auf mich. Es ist einfach herrlich. Hast du dich selbst zum Köder gemacht? Über-dramatisch. Woher weißt du, dass meine Zunge gelenkig ist? Hör auf, dich einzuschleimen, mein Sohn. Und denk bloß nicht, dass ich deine Zunge-Geschichte vergessen hab. Du passt besser auf, was du im Dunkeln so alles mit meiner Kleinen treibst. Ja, Herr, okay, Herr. Muss mich nochmal 15 Minuten verabschieden, bin gleich wieder da. Ich glaube, er mag dich wirklich. Let's go! Oh, äh, in dem Overall mit Oben ohne. Motorrad-Hellen. Oh, ich bin so touchiert. Meine Mutter und Vater wussten genau, was ich wollte. Nick-Shoot! Nick-Shoot. Ich kann nicht wundern, bis ich mich überraschend bin. Das hört sich einfach so falsch an, dieses Spiel. Ich könnte den ganzen Tag lang zocken. Uh... Look at the zombie geek zombie-ing out, killing zombies in video games. If we kill them, it'll be totally meta. Oh, ich bin so cool. Wait, what? Oh nein, es ist... Alter, was geht denn? Eins, eins oder eins? Metal up your ass, what the fuck? Collected, awesome, rescued eins von drei. Funk Patrol, oh yeah. Oh, Tron. Commodore 64. Oh nein, ist das... Ist das eine Art Pac-Man? Okay, das ist lustig. Goal. Lock. Oh nein. Ah, mit jedem... Boah, leck mich doch. Oh, shit. Oh, shit. Na, wenigstens bin ich nicht direkt tot, wie bei den meisten der Cates. Oh, sie hat gedacht, der fragt die jetzt. Die will doch einfach nur den Nick heiraten, aber irgendwie. Immer. Wann denn nicht? Kann man mal machen. So, dann haben wir eigentlich alles. Also, hier haben wir alles tatsächlich. Okay. Was soll ich bekommen? American G-Leader-Kostüm. Dating-Outfit-Häschen-Kostüm. Motorrad-Helm. Ah, ich war... Mom-Vibes. Oh, Mann. Mom ist einfach... Alter. Oh, Alter. Meine Triceps bekommen einen totalen Workout, die dieses Chainsaw umgezogen hat. Hast du nur in die Triceps, dass ich keine Triceps habe? Oh, wirklich? Nick als Cheerleader? Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Make-A-Bet? Make-Make-Me-Wet. Okay. Oh, my. What the fuck? What the fuck? You're gonna fuck a zombie? No, no. Bring them the zombies. Oh, I'm sorry. I was thinking of something else. Let's fuck the zombies. Fuck. Ew. Ich schicke dir eine Freundschaftsanfrage heute Abend. Ja, so kann man Neville auch strecken. Death Metal ist für Schlappschwänze. Was laberst du für Müll? Die labern alle so ein random Bullshit. Oh, hat sie echt Spaß gehabt, an der Stange zu tanzen. I'm Jossie James, bitch. I'm Jossie James, bitch. Oh, diese Schneedingsbums. Oh, yeah. Oh, shit. Hey, dad! Are you ready? Let's check out these elevators. Let's check out these elevators. Was zum Geier. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier losgeht. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich habe nicht die Hauser gehalten. Warte mal, warte mal, warte mal. 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 Kann man mal machen. Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Easy. Ich hab, habt ihr auch Spaß? Na klar. Na klar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab, ähm, das macht mir tatsächlich wirklich Spaß, das Spiel gerade. Ich hab auch echt Bock, das komplett durchzuspielen. Ich glaub, wir sind gar nicht mehr so weit. Na klar. Na klar. Ja. 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 Na klar. Ja. 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 Oh. 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 Now it's mine. Now this. Alter Schwede. Ich hätte nicht gedacht, dass es so nervig ist. Let's go! Und da ist noch ein Lollipop. Das erinnert mich so an die 80er oder so, wo das wirklich halt so in war. Ich glaube, das war bei den Filmtron. Es ist schon beinahe 9 Uhr. Du solltest nach Hause gehen. Ich glaube, mir ist schlecht. Da war ganz schön Hubschrauber. Auch platt machen. Okay. Okay. Oh, boy. Easy! Ach, Wesley, dein Auftritt war ziemlich kurz zu lappen. Easy! Let's go! Oh. Ich hab keine Ahnung, was der da will. Ich hab überhaupt keine Ahnung, was da abgeht, aber nehm ich mal mit. Gibt's hier noch irgendwas? Hey, Lolli, Nummer 27. Shopmenü. Okay, hier hab ich alles. Hier ist es, hier ist es. Hier ist es, hier ist es. Ich habe etwas gefunden. Das ist es, das ist es. Das ist es, das ist es. Na, nehm ich mal mit. Konzept Level 1, das interessiert mich eigentlich relativ wenig. So, Klamotten. Ja, das sieht doch schon, hab ich mir schon fast gedacht. Wir müssen mal weiter. Ich will aber nochmal gucken, ob ich noch... Gott, ich liebe Shopping. Da ist es, da ist es. Da ist es. Da ist es. Check this out. Klarteenmedaille, Blasterkugel. Ich hab eigentlich alles. Next Level. So. Get ready. To fire your load. Ja. Oh wei. Bewege die Gondel, um hochzuklettern. Ah. Ah. Okay. Okay. What the fuck. Okay, das ist, das ist echt lustig. Also ich feier das gerade echt. So ein bisschen. So ein bisschen. Ich hab's auch keine Ahnung wie, aber von mir aus. Wait, what? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Ich hab keine Ahnung was mich da gerade eben zerstört hat. Aber gut, dass wir die klatschen können. Vielleicht war ich auch einfach nur falsch. Wer mal, ja wer wohl. Oh, der sitzt auch noch genau in der Mitte, der Drecksack. Oh, der sitzt auch noch genau in der Mitte, der Drecksack. Oh. Aber ich sollte eben weg finden. Äh. Obwohl. Oh. Ich, ich fühl... Oh, das ist so ein One-Hit-Scheiß. Ich mag so One-Hit-Müll nicht, aber ich verstehe trotzdem nicht, warum ich eben verreckt bin. Ich verstehe nicht, warum ich eben verreckt bin. Niemand manipuliert uns. Es lief doch alles so gut. Oh, komm schon! Boah, das ist doch wieder ekelhaft. Ich meine, an sich ist die Idee ja ganz gut, aber dafür, dass man halt bei jedem kleinen Müll verrecken kann, ist halt auch irgendwie... Es ist zu lang. Einfach mal ein Auto aus dem Fenster geworfen. Klar, warum nicht? Ich bin jetzt hier ein bisschen vorsichtiger. Alter Schwede! Let's go! Wir haben das Outfit gewechselt. Ja, brauchst du nicht hinzugucken, du hast ein Overall an. Wir sind hier, auf dem Rücken des Gebäudes. Wo ist meine Schwester? Keine Ahnung, wo deine Schwester ist. Zeit, zu schießen! Wo geht's denn hier lang? Da müssen wir wahrscheinlich später hin. Na ja. Okay. So. Money, money, money. Ja, Telefon. Nein? Okay. Manchmal geht die automatisch dran, manchmal auch nicht. Das ist, wo wir gehen müssen, Juliette. Dance. Oh nein, Dance Planet. Wo bist du? Ich mach gleich mal auf Pause. Ich mach gleich mal auf Pause, ich muss nämlich pipi. Boah, Baby. Ich mach mal auf. Ich mach mal auf. Ich mach mal auf. Was ist das Problem, Baby? Warst du nicht unser Telefon? S-E-X-X-X? Hm. Das ist ein Piddy. Hm. Was ich denke. Dude, gib uns Rosalind jetzt. Hallo, gerade. Ich bin der Typ von Stephen Hawking. Er ist eine große Nanny für... Ich bin der Perman? Du bist derjenige, der einen Kopf an der Hüfte hat. Ich hab's dir schon mal gesagt. Du musst das Spiel spielen, um deine Schwester zurückzukriegen. Hat er gerade mit dir hier über Telefonsex gesprochen? Rosé, Funkzombie. Kurz Pipi machen. Ich bin der Typ von der Hüfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 So, da bin ich wieder. 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 Was war, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. Oh, Oh, komm schon. Au. Ich bin lieber mal vorsichtig. Was zum Geier, da bist du doch bekloppt bei. Nee, nicht wirklich, weil ich Alva nicht zielen kann. Warum falle ich hier runter? Oh, komm. Oh, okay. Das war's für heute. Hat er da Eirukäsen? Zombie-Ladies? Oh, hab ich dir deine Groupies genommen? Was war das? What the fuck? Warten wir ins All beginn... Was zum Geier spiel ich hier? Ah, verstehe... Ja, jetzt halt das Maul, Nick! ... Das fucking Schild ist so lame! Please return to your city for that. Please return to your city for that. Oh, die wilde Drecksau. Und ihr habt das geglaubt? Oh, motherfreakin' zombie! Draft a chainsaw now, ho! Hey, babe! Fuck me! Hey, Lydigan, Juliet! Fuck me! Geil! Hey, babe! Destroy them all! Hey, war nur geil! Lollipop! Jäger-Level 10! Nice-u! Super! Let's go, herr! Zur Kathedrale! Das böse beginnt in der Kirche! Das klingt falsch! Unfertige Kathedrale! Das ist so cool! Warte, was? Stopp es! Hilfe! Boah, wirst du loswerden? Was? Ich? Er lenkt mich ab, Dad! Na gut, Mädels! Dank euren Anstrengung scheint nur noch dieser Verbot der Finsternis da zu sein! Ich bekann das! Ich bekann das! Ich bekomme dich nicht mehr, Juliette! Ich werde dich nur aufhören! Lass mich einfach in einem Mülleimer oder in einem Briefkasten! Ich gehe aber nicht ohne dich! Ich liebe dich! Nein, tust du nicht! Du findest einfach nur cool, mit einem Freund rumzurennen, der nur aus einem Kopf rum... Und wenn dich die Zombies finden... Wie, nein? Du kannst mich nicht mitnehmen, wenn ich es nicht wollte! Ja, ich kann! Weil ich dich so sehr liebe! Fits! 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 Okay, lass uns weiterzulche! Ja! Kick som 목! Fits! Komm, Guys! Kick som 목! Kill me already?! Och, ey! einfach nur what the fuck ist hier los you took away my choice juliet you're making me know better than those tschuldigung hoffentlich klappt das noch sollte kein problem sein wenn er aufhört so ein idiot zu sein ich bin doch derjenige der entführt wird ich gebe dir so lange deckung bis ich keine munitionen habe let's go der will einfach nur sterben und die will hat einfach kein bock ok kordelia Ja super! Ja, ja! 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 Diese Animation einfach komplett von den Arsch! Kannst du sagen, was du willst, aber... ... 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 Ähm, klingt jetzt blöd, aber... ...muss ich jetzt so lange überleben? Ah, okay. Okay, ich dachte schon. Deine Schwester ist so verrückt wie die Zombies. Let's go to camp together. Ich hab deine Brücke, Cordelia. Okay, ich hab deine Brücke, ich hab deine Brücke. Ich weiß nicht, ob... Was zum Geier? Ey, da wirst du doch komplett bekloppt bei. Bisschen weniger ist mehr. Oh, Mann. Oh, wir haben das noch nicht. Schau, es ist ein Tod. Als ob Dinge nicht mehr verhörter werden können. Nick, wirklich? Turn that brown upside down. Das Problem ist, dass du oder jemand anderes ... ... ... ... ... ... ... ... Na gut, wir müssen nur diese Zeit überleben. Oh, Mann. So, weg mit dir, du Fotzenvieh. Hör auf, an mir rumzuknabbern, du Lümmel. Hey, Juliette, ich versuche einen Weg, ... und du sicher, dass du da bist. Du bist so großartig ist, wie die Zombies. Let's go to camp together. Ich höre das, Cordelia. Ich höre das, Cordelia. Oh! Meine Fresse! Cordelia, ich finde dich am anderen Seite des Gebets. Ach, Zombie Genie, das ist doch sexy. Ja, das war einfach zu viel. Oh, das ist doch nervig. Ach... Das war's für heute. So, weg mit dir, du Klops. Ja, will ich auch hoffen, dass du ein paar Punkte gegeben hast. So, wo geht's jetzt weiter? Hallo, ich würde gerne wissen, wo es jetzt weitergeht, ne? Aber, okay. Ah, okay. Wie auch immer. Komm schon, Trainer, gib mir ne Chance. Einfach durchgemetzelt. Oh, Gott. Oh, Gott. Das ist eine gesunde Bewegung. Kann man mal machen. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich drück irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Holy shit. Ich hab keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Warte mal, hier bin ich reingegangen. Ah, okay. Meine Hose ist voller Fäkalien. Untuter Drecksack. Du musst schneller werden. Oh, komm schon! Also das war einfach ein bisschen too much. Wo ist Cordelia? So, Oma, fort mit dir. Oh, komm schon! Ja. 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 Oh, komm schon! Alter Spiele! Ha, hab ich's gewusst! Hier gibt's ja auch nochmal Kampf. Oh, komm! Wundervoll! Ich muss kacken! Oh, Mann! Ja, also langsam wird's kritisch. Wundervoll! 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 Oh, steigen da noch mehr Jungs aus, oder was? Was ist denn los, Mann? So, gucken wir mal, ob wir uns noch was holen können. Okay, Fähigkeiten hab ich, ah ja, 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 Kauwai-Opa-Klamotten, ne? Japanisches Dienstmädchen-Outfit Das hört sich, äh, ja Interessant an Ich war so nah dran Na gut Was zum Geier hat das mit Zombies zu tun? Ah, ich weiß, wer das ist Guck mal, was ich gefunden hab Die hat wirklich Spaß mit Ich kann super damit umgehen, schau her Ich weiß, dass ich gerade sauer auf dich bin Aber du musst aufpassen, meine Schwester ist die größere Gefahr als diese Zombies Oh wei, oh wei, oh wei Aber zum Totlachen Äh, was zum Geier Wo krieg ich denn ein Freund her, der... Alter Ich kann nicht hören, oder was? Sie wollte wirklich eine Wreckingball für Weihnachten Das ist komplett vertreten, dass sie nie einen bekommen sollte Sonst wäre es so ein tolles Gift Was? Deine Familie ist sicher, äh, spannend Hahahaha, exciting Die Jungs hassen mich, bäh Die Kleine ist knuffig Ich hab keine Ahnung, woher das jetzt kam, aber okay Ach, Mist Nein, nehm ich mit Die sind so hässlich, dass es mir hochkommt Hör auf zu schreien, du hast doch niemand mehr da Hör auf zu schreien Hör auf zu schreien, Nick, wir haben heute viele sehr interessante Sachen gesehen Hör auf zu schreien, es zu etwas positiver Das ist ein lebende Nightmare Hahahaha Du kannst es machen, du kannst es machen, Gott Ah, die Kleine ist knuffig Hör auf zu schreien Hör auf zu schreien Hör auf zu schreien Ja, ich hab halt alles, ne Ich weiß ja, was wir noch machen Äh, Tails Outfit Oh Bandgirl, Clown Oh ja, Clown Gibt's hier noch irgendwas? Ne, ne Okay Hier das Dixi-Klo Jawoll Maximal 1.000 Kilo Ja, Julia, dafür bist du zu schwer Oh, jetzt kommt sie gleich rausgesprungen und haut mir ins Gesicht B-Weight-Limit B-Weight-Limit Töne Hast du zu viel Hunger? Bis später Oh, bitte Ich bin dran Ja, okay overnight Ich bin dran Ich bin dran Aber ich bin dran Wie geht As obra Und Wie geht Das года Was Also Ich bin dran Heeeh! Wie kann ich denn 125 Kilo wiegen? Eben war es noch 75. Oh wei, verkaufe Eis am Stiel für 50 Cent. Äh. Oh, der eine Zombie da unten ist einfach runtergefallen. Oh nein, es ist nicht gebackt, oder? Die können doch nix machen, oder? Ich kann halt nix machen, nichts. Allein, dass das möglich ist, auch nee. Äh. Jo, es ist nicht mal ein Remake. Es ist nur ein Remastered. Es ist nicht mal ein Remake. You fucking hate one job, you idiots. Ja, das kannst du vergessen. Ich komm halt nur hier hin. Okay, ich muss den Herr da locken. Schaff ich nicht mal. Oh, leck mich doch am Arschsack, ey. Ich schaff's nicht mal. Ich schaff es nicht mal. Oh, nee, ey. Und da unten, die zwei sind halt genauso. Deswegen ist es ja so scheißschwer. Och, nee. Wegen einem Hurenback. Oh, fickt euch doch, ey. Macht so ein Level nicht, wenn ihr es nicht könnt, ihr Idiots. Die, 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 die. Die, die, die. Okay. Also hier, die, die die ihr braucht. Die, die die leben voller rein. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was zum Geier! Was zum Geier! Ich dachte schon! Was zum Geier! 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 Das war's. Du hast das Recht, die Schnauze zu halten. Alter Schwede. Warum ist das jetzt auf einmal so leise? So, nenne ich mal lieber einen Lollipop. Wer weiß. Ah, da hinten ist ja auch wieder einer. Das ist auch gut. Entschuldigung, aber seid's doch von mir gewohnt. Okay, das war lustig. Okay. Okay. Wasp! Und weiter was? Was zum Geier? So, weg mit den Viechern. Oh, Ratsviecher. Old man, Apologize now! Das hat ein bisschen gezwirbelt, aber passt schon. Oh, shit. Das gefällt mir nicht wirklich. Shit. Oh, shit. Oh, shit. So, weg mit den Viechern. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber Hauptsache feuerfrei. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, aber ich habe keine Ahnung, was ich da mache. So, fertig. Ich habe keine Ahnung, was du da machst, aber von mir aus hat die Aussicht genossen. Ich habe noch ein bisschen Loot. So, die Kombi sind eigentlich ganz cool. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und... Wunderbar. So, 4 von 5. Ja, perfekt. Es wäre cool, wenn ich mehr Lollis mitnehmen könnte. Juliette, es ist Roslyn. Ich habe keine Ahnung, was du hier machst. Das ist eine fucking Baustelle, Mann. Ich habe keine Ahnung, was das gerade ist im Hintergrund. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal von jemandem mit so... Was? Was? Ich hätte niemals gedacht, dass ich von jemand gerettet werde mit solchen Titten. Äh... What the fuck? Junge, pass auf, was du sagst! Na komm, ist mir auch egal. Woah! Die letzte Kampf! Das ist schwer! Holy shit! Kann man mal machen! Ich habe keine Ahnung, was ich da alles freigeschaltet habe, aber Feuer frei! Oh, ich denke wir werden sterben. Na komm schon, die Juliette weiß schon, was sie tut. Okay. Ich habe keine Ahnung, was sie tut. Ich habe keine Ahnung, was sie tut. Ich habe keine Ahnung, was sie tut. Das ist es. Also große Gruppen sind gar nicht mal... Ist das ein Fiebertraum? Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. No, dann nehme ich nochmal den Loot mit. Warum nicht? Ah, Strawberry, mein Favorit. Woher kommst du denn her? War vielleicht gar nicht mal schlecht, dann hätte ich den... Halt dich irgendwo fest. Zack. Natürlich. Hahaha. Zombie-Billiard. Ähm. What? Tja, das wär's dann. Ich werd dich von allen beschützen, was hier in den Weg kommt. Hier ich geh! Guten Glück! Für beide of... Nick, du magst nicht der Typ, den ich für meine Daughter wählte, aber du bist natürlich der Typ, den sie für sie selbst wählte. Sie hat immer ein helles viel smarter, als ich bin. Äh... Dankeschön! Resigniert. Hat dem Nick die Tochter geschenkt? Kann man mal machen. Kann ich noch irgendwas kaufen? Nee, ne? Ich hab doch alles. Das ist auch wieder eins von diesen Spielen, die wir... Ah! Kettensägen. Hier ist es, hier ist es! Das ist es, das ist es! Blutrot. Ich hab etwas. Leuchtendes Pink. Link. Feuer frei! Was ein Fiebertraum. Ja, vielleicht auch einer der Spiele, die wir am Abend durchspielen. Fände ich mal ganz cool. Ist mal ganz entspannt. Das ist ja unglaublich. Julia, du hast es... Oh, diese Drecksau schon wieder. Du! Wie könntest du das? Zu unserer Schule! Zu den Menschen, die wir lieben! Was? Juliette! Oh ja, das ist der Hellrider. Das ist das, was ich spreche. Schau, wer es ist. Mary-Kate und Ashley. Mary-Kate und Ashley. What the fuck? War das etwa Offense gegen die Olsen-Zwillinge? Vielleicht gibt es gar keine mehr. Eine übermütige kleine Hure. Das gefällt mir. Nein, ein Michael-Jackson-Zombie. Das hat auch keine Tüte rausgefallen ist. Rock'n'Roller-Zombie. Louis Legend. Rock'n'Roller-Zombie. Du bist hier, um zu bleiben. Du bist nicht! Oh, das war dumm. You know what's worse than this? Nothing! If I had my hands right now, I'd run away on them in a hand stand. Oh, komm schon! Jerry Lee sucked ass, it's a real pain! You know what's worse than this? Nothing! If I had my hands right now, I'd run away on them in a handstand. Knock that asshole down. Der Jerry Lee sucked ass, it's a real pain! Now is your chance to finish him! All right. Are you ready? Now let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Wait, what?! Elephant! Rock! Sorry to keep you waiting. Sure, giant robot elephant. Doesn't even faze me anymore. Ah! 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 Yeah! Ah! 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 Das war's für heute. 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 Ah... Oh ja, klar. Das war's für heute. Natürlich. Natürlich. Alter, übertreib doch mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 genau. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 ja... Aber ich hab's für heute... Ich hab's für heute... was, ja, 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 ja... Ich hab's für heute... Ich hab's für heute... Ich hab's für heute... Ja, 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 ja... Ich hab's für heute... Ich hab's für heute... Ich hab's für heute... Ich hab's für heute... Schnell rein... die... 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 Der... 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 gut machen wir als krankenschwester weiter aber was ja meine liebe ich spreche mit dir aus dem unbeschreiblichen land ich versuche dich so gut ich kann so aber der empfang hier ist wirklich schrecklich also hör mir genau zu hör bitte da auf damit julia zuerst musst du ganz nah an killbilly rein aber sei vorsichtig er ist ein wenig zänkig was zum geier killcar oh wei ich denke du kannst die Fahrzeuge um einen Weg zu machen ja 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 Oh, okay. Let's go. So, weg mit den Viechern. Done and done. Okay. Ich weiß, dass er es gerne übertreibt, aber... So, weg mit den ihnen... So, weg mit den Weg Cristinau ab. So. So. Es ist hier einfach komplett alles buggy. Seht den Weg da drüben, er führt euch zu diesem Kili-Bili-Miss-Kerl. Jo, schon klar. Oh, komm schon. Oh, das war... So, hier hol ich mir nochmal was. So, jetzt haben wir 5 von 5, okay. Ich habe keine Ahnung, warum die da eben nicht drangegangen ist. Ich liebe dich so sehr, wie ich Cheeseburger liebe. Oh mein Gott. Alter Schwede. Oh, gut. Zombies that shoot laser beams out of their eyes. Ja, ich fühle mich, dass etwas ist. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Na toll. Let's go. Ah, das Krankenschwester-Outfit-Pastel macht sich auch. Oh, shit! Another fucking building! I don't know if I-I haven't gotten as far in my training. Zeit, um etwas zu schocken. Okay, das müssen wir jetzt mal dem voll in den Sack treten. Richtig schön mit der Kettensäge, richtig schön. Holy shit. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Ah, das kriegen wir schon hin, irgendwie. Lass mich raten. Oh, komm schon. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Wenn ich nicht mehr schießen kann, habe ich ein Problem. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, dieser Mann hat versucht, mich zu holen, mehr als Vater O'Malley. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Viecher treffen soll. Weil wenn mir die Munition ausgeht und ich den nicht treffe, habe ich ein Problem. Warum schieße ich zweimal? Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Hä? Oh, komm schon. Das ist eine ekelhafte Mechanik, Leute. Oh, dieser Mann hat versucht, mich mehr als Vater O'Malley zu holen. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Oh, er leckt mich doch. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Woher kam das denn jetzt her? Ich habe dich zwar getroffen im Gesicht, aber okay. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. What the fuck? All das muss doch so wehtun. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Alter, Elvis. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Der Scheppert ist nicht möglich, er ist zu stark. Der Scheppert ist zu stark. Das ist nicht möglich, ich weiß. Das ist nicht möglich, er ist zu stark. Julliet, du kannst es machen! Julliet, du kannst es machen! Julliet, du kannst es machen! Julliet, du kannst es hören? Julliet, du kannst es machen! Julliet, du kannst es machen! Julliet, du kannst es machen! Was zum Fick... Julliet, jetzt! Before the hole goes! But my daddy! No! No! You must go in to kill a baby body before the hole your father created closes! His weakness is in his eyes in the body! No! No! Komm schon! No! 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 endgame auch strecken gerade so ich weiß nicht was das nichts passieren wird etwas sehr beängstigendes dämonisches liegt in der luft viel nicht sei vorsichtig juliet alter du bist da gerade in dem zombie körper der ist am verrotten das ist es ist das ist ist es ist es ist es ist es ist Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt nicht geladen hat. Übernimm die Grolle über sein Kantor an. Wie? Indem du eine Nickbombe zündest. Wenn du während deiner Schlacht hast, musst du Nicks Kopf mit Zalans Körper verbinden. Aber was wird aus Nick? Es tut mir sehr leid. Nick wird sterben. Sensei, ich kann dich nicht hören. Was ist das? Oh nein, erst Papi verloren, jetzt den süßen Nick. Du warst allgemein, Juliette. Es ist eine Grund, warum ich hier bin. Es ist ein Plan, der größer als alle uns. Aber wenn ich sage, tschüss. Setz mich da und erschaffe die Bombe. Du musst mich auf Zalans Körper, das ist die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Nick, nein! Er hat gesagt, du wirst sterben! Ja, ich weiß. Es ist okay. Ich fühle mich für das erste Mal in meinem Leben stark. Ich fühle mich glücklich, dass ich ihn mit dir und deine Familie mit dir und deine Familie habe. Ich fühle mich als... ...ein Zombiehunter. Ich will nicht, sie will nicht ohne dich sein. Ich weiß, Baby. Aber manchmal sind es mehr wichtigste Dinge, als was wir in der Leben wollen. Oh, Nick. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert. Warum mein Headset nicht lädt. Jan mal wieder. Ich liebe dich! So viel! Der benutzt immer meine Steckdose, um sein Handy zu laden. Ja. Aber steck das nicht wieder zurück. Ah, dieser kleine Gammler. Na gut. Not bad. Nick. 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 Ja, son. Eine kleine Verwechslung. Ich werde euch von hier oben beobachten. Sag also Juliette bitte, es öffne mal einen Ratschlag, während sie einen kleinen weißen Schlüpfer mit dem Teddys drauf trägt. Die sollen mal ab und zu mal ein Ratschlag, wenn sie den weißen Schlüpfer mit Teddys anzieht. Dieser kleine perverse Drecksack. Ähm... Juliette? Nick! Juliette! So ein bisschen klein gewor... Oh nein! Die Verwechslung. Ich habe Morikawas Körper gekriegt. Ich... Naja. Ach, scheiß drauf, schätze ich mal. Er hat doch die perfekte Größe. Hey Face-Suckers! Hört auf rumzuschlabbern und schaut mal hier hoch. Face-Suckers. Daddy! Du bist okay! Ja. Ich denke, ich habe einen Explosion und einen Hoden verloren. Aber einer reicht ja. Ha! Ich habe eine Explosion und einen Hoden verloren, aber einer reicht ja. Kann man mal machen. Deine Mama macht sich bestimmt Sorgen. Meinst du nicht, dass du ins Krankenhaus gehst? Nicht nötig. Ich habe mit einem Tacker alles in Ordnung. Ich habe mit einem Tacker meinen verlorenen Hoden in Ordnung gebracht. Oh mein Gott, was ein Müll. Oh, genau mein Humor. Ich liebe es einfach. Niko Shogun. Niko Shogun. Okay. Lead CG Artist. Quinn. Na dann. Takayuki Kamura. Oh, einfach schön. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das durchspielen. Oh, ich kann es nicht skippen. Oh, komm schon. Ken Yoshida. Osamato Hashimoto. Ach, herrlich. Einfach mit Raw. Das hört sich irgendwie falsch an. Gameplay Programmer. Ja. Aber warum? Boss Battle. Okay, das ist in Ordnung. Die haben es gut. Engineering Programmer Raw. Ähm, ja. Okay. Das war interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es durchspielen. Ich dachte, wir spielen beide Sachen eine Stunde und entscheiden dann, ob es uns gefällt oder nicht. Aber es war doch tatsächlich ganz gut. Hat mir... Solche Art von Spielen liebe ich einfach. Hat echt Spaß gemacht. Wenn auch das Ausweichen hätte besser sein können. Aber ja gut. Da können wir uns viele Akustenspielen widmen. Dann können wir wieder zurück zu Barbie Streamhouse Adventure. Das war ein interessanter Abend heute. Ja. Wie gesagt, das Spiel habe ich mir gestern gegönnt. Habe ich mir gestern gekauft. Zu meinem Geburtstag. Und ich muss sagen, war okay. 30 Euro hätten es auch gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber 40 Euro ist tatsächlich in Ordnung. Kann ich nicht meckern. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe, ähm, euch beim Zuschauen auch. Und, ja. Aber warum sind da so viele? Das ist schon interessant. Office, Osawa, Co, Majors, Musik, Radio, Lollipop, Wittenby, A Can't Cute, Zombie Hunter, Strawberry Flavor, Lollipops und so weiter und so fort. Ja, wir haben den Streamer-Modus genommen. Deswegen sind nicht die richtig geilen Sachen rausgekommen. Aber immerhin. Besser als gar nicht. Und ich habe keine Ahnung, was das alles für Namen sind. Äh, b-b-b-bom, Satoshi, Oyamada, Ryu, Sugi. Äh. Äh, keine Ahnung. Äh. Ein paar Verbesserungen wären auch gut gewesen. Dass wir da den, ähm, Fahrstuhl nochmal neu machen mussten. Weil die Zombies runtergefallen sind. Aber noch auf dem Fahrstuhl drauf waren. Das war sehr komisch. Dass das überhaupt ging, war schon sehr fragwürdig. Naja. Ansonsten. Kann ich tatsächlich echt nicht meckern. Uses Unreal Engine. Ja, das ist schon klar. Und, ja. Ich bin froh, es mal durchgespielt zu haben. Da habe ich den Baustein in meinem Leben auch hinter mich gebracht. Ähm. Yoshimi Yasuda. Lollipop. Dragami Games. Wunderbar. Ja, und jetzt? Jetzt geht's nach Hause. Die Mama macht Essen. Wahrscheinlich. Das Ende ist schon lustig. Die Frage ist, wie alt ist dann der Nick, wenn der Yoshima das Körper bekommen hat? Weil der war ja schon ein bisschen älter. Oh, nur klar, der Perverser. Mama, ich bin nach Hause. Mama, dein Lieferstuhl ist zurück. Everyone, wo warst du? Du solltest, du zu Hause nach Hause gewesen sein. Mama, ich habe jemanden, den ich dich treffen möchte. Mrs. Starling, hi, ich bin Nick. Oh, du bist... ...Juliet's Freund. Mama, was ist falsch? What the heck? Juliette? Come on in, everyone. Time for dinner. Holy shit. Mother, oh! Und bei dinner... ...I mean... ...you. Oh, Finn. Yeah, wir werden alle gefressen. Glückwunsch, das Spiel abgeschlossen. Auf... ... ... To shop. ...zum. Gibt's jetzt besondere Boni zu kaufen. Du hast neue Nachrichten. Neu besondere Boni? Da bin ich mal gespannt. Schwierigkeit, sehr schwer. Nein, garantiert nicht. Ich würde gerne jetzt schon mal in diesen Dingsbums gehen. Warte mal. Display? Ne. Normal, hard. Chicken. Es ist schon lustig gewesen, dass man halt Chicken... ...ja, schon so ein bisschen... ...naja. Wir haben normal gespielt. Dann gibt's den hard. Und den very hard ist halt echt... ...keine Ahnung. Naja, muss nicht sein. Das ist doch blöd, dass ich den nicht so krieg. Naja, gut. War cool. Und... Hallo, Maus. Achso, ja, das geht ja nicht. Naja. Ähm, ich würde sagen, ich mache jetzt komplett Feierabend. Schickt ihr auch. Es ist 1 Uhr. Mach's gut. Danke fürs Reinschalten. Man sieht sich, ne? Hallo. Also, das ist das. Das geht ja nicht. Achso, ich würde sagen. Nein, ich würde sagen, ich würde sagen, ich würde sagen. Vielen Dank.